Ich fange mal kurz an mit IOX, Connecting Smart Societies. Das habe ich vor drei Jahren gegründet. Da geht es eben um die Begleitung der Gesellschaft, auch zusammen mit Wirtschaft und Verwaltung, was den digitalen Wandel angeht. Was kann es für Katalysatoren geben, um das zu begünstigen? Das sind doch schon einige Fragestellungen, beziehungsweise auch Herausforderungen, die auf die Gesellschaft insgesamt zukommen. Da war auch ziemlich schnell das Thema Open Data auf dem Plan, wo es einfach darum geht, Daten zu öffnen, vor allem aus der Verwaltung, aus der öffentlichen Hand. Ein Rohstoff, der verschleißfrei reproduzierbar ist und eine gute Grundlage ist, um kollaborativ zwischen Administration und Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig aber auch ein Rohstoff, an dem man sich in Sachen der Digitalisierung austoben kann, auch entwickeln kann. Die Idee ist einfach, there won't be truly smart cities without smart citizens. Also die Gesellschaft muss da mitgenommen werden. Das Hauptthema war jetzt zunächst erstmal Open Data Rhein-Neckar. Das läuft in Mannheim. Das wird wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten in Heidelberg laufen. Innerhalb dessen gibt es das Projekt Remix Cultura, in dem vernetze ich derzeit Archivare vor allem, aber auch Leute aus den Museen, zum Thema offene Kulturdaten, Digitalisate erreichbar zu machen. Lizenztechnisch sind die meisten sowieso schon gemeinfrei, das sind oft historische Dinge, aber auch die Metadaten, die von der öffentlichen Hand angelegt worden sind, müssen unter entsprechende Lizenz gestellt werden. Ein weiteres Projekt ist Collab. Da geht es nämlich darum, wie kann Zivilgesellschaft zusammenarbeiten mit Administration. und wo das schon intensiv gerade auch erforscht wird, ist im Wissenschaftsbereich. Es gibt viele wissenschaftliche Disziplinen, die gerade im Feld nicht mehr alleine arbeiten können, weil es einfach zu personalaufwendig ist. Und da kann auch Technologie ein gutes Mittel sein, um eben Datenerfassung, Erfassung beispielsweise auch in der Natur draußen, von Artenvielfalt, aber auch von Lichtverschmutzung, so wie wir das hier zweimal im Jahr machen, zu Hilfe kommt und die Daten dann auch direkt übermittelt werden an die Forschung. In dem Fall Leibniz-Institut für Gewässerökologie in Potsdam. Und der Collinia Social Club, den mache ich zusammen eben mit Jan Philipp Possmann. und da ziehen wir durch die Stadt und zeigen was zu, oder bringen letztendlich Stadtentwicklungsthemen in die Fläche, um einfach Anreizen zu schaffen, sich intensiver wieder mit Stadt auseinanderzusetzen. Und das machen wir zusammen. Wir teilen uns auch ein Büro. Momentan sind wir in folgenden Konstellationen drin, das ist Bürgerschaften Wissen, das ist eben einfach das Forschungsprojekt, was jetzt genauer mal schauen will, wo sind die Potenziale für Citizen Science, auf Basis auch von Technologie. Dann beim Bundesministerium des Innern wird derzeit der nationale Aktionsplan zur Umsetzung von Open Data fortgearbeitet, intensiviert, der dann als Handlungsanleitung auch an die Länder übergeben wird. Bei der Landeszentrale für Medien und Kommunikation wird derzeit überlegt, inwiefern Open Data in die medienpolitische Strategie und die Medienkompetenzstrategie übernommen werden kann. Und die MFG Innovationsagentur macht sich sehr stark im Thema offene Kulturdaten, Open Glam, Galleries, Libraries, Archives und Museums stark und hat im Dezember eine große Landeskonferenz, wo es um das ganze Thema Open geht, von Open Source über Open Education Resources, Open Data bis hin zu Open Access im Forschungsbereich. Da ist die Veranstaltung. Weiterhin bin ich noch im Internet of Things Council, das sich informationsethisch mit dem Internet-e-Ding auseinandersetzt und einen kleinen Lehrauftrag zu Open Government gibt es an der DHBW. Open Data kurz, große Nummer eigentlich, es gibt eine Public Sector Information Reuse-Direktive von der EU, die fordert, oder, ja, die fordert eben, dass Daten aus der öffentlichen Hand, aus dem Public Sector, grundsätzlich zu öffnen sind und entsprechend lizenziert zur Weiterverwertung und zur Weiterverwendung genutzt werden kann von jedem. Inspire ist dann nochmal ein spezielles Thema im Bereich Geodaten. Es gibt eine G8-Charta und dazwischen in Deutschland hängen noch ein Haufen Landesgesetze, die hierzu erstmal auf den Weg gebracht werden müssen, mit mehr oder weniger Dynamik. Hamburg ist recht bekannt, dass die ein Transparenzgesetz mit Open Data stark verankert auf den Weg gebracht haben, was sehr offen ist. Bei uns ist es so, dass Rheinland-Pfalz dieses Gesetz adaptiert im Wesentlichen, das ist gerade in der Referentenvorlage und genauso ist auch das Landesinformationsfreiheitsgesetz des Landes Baden-Württemberg auch in der Vorlage zur Abstimmung eher in einer abgeschwächten Form. Es geht darum, eben alle möglichen Daten aus dem öffentlichen Sektor nutzbar zu machen, für alle. Geodaten, Transportdaten, Transportdaten sind sehr beliebt, auch gerade bei den Programmierern, weil es oft dynamische Daten auch sind. Umweltdaten ist dann wieder mehr so eine Transparenznummer und so geht es außenrum bis eben zu den erwähnten Kulturdaten. Und das Ganze sollte man schon in einem regionalen Kontext sehen, weil auch gerade in der regionalen Fläche oder überhaupt, wenn es nicht nur um eine Stadt geht, sondern um mehrere Städte, dann ist das Ganze nochmal viel spannender, da sind Vergleichbarkeiten da, aber hier können auch Erfahrungen und dergleichen ausgetauscht werden und Ressourcen besser genutzt werden. Im besten Falle hat man dann einfach so einen Wertschöpfungskreislauf, wo es nicht nur um eine Wertschöpfung im Sinne einer ökonomischen Wertschöpfung geht, sondern eben wo Daten letztendlich angereichert werden, wo beispielsweise aus Big Data mit der Injektion von einem bestimmten, möglicherweise kleineren Datensatz aus der öffentlichen Hand dann Smart Data werden und die Stakeholder darin sind letztendlich, es ist politische Teilhabe und Transparenz auf der einen Seite auch, auf der anderen Seite eben Verwaltungsvereinfachung, auch die Verwaltung hat was davon, wenn die Daten leichter zugänglich gemacht sind und letztendlich hat die Wirtschaftsförderung auch ein Interesse daran. Die EU ist sicherlich auch deswegen, damit ein municipaler Austausch im europäischen Binnenbereich stattfinden kann und ein besserer Zugriff dafür da ist. Und dann entstehen so Sachen wie beispielsweise eine Leitungswasseranwendung, wo man schauen kann, auf Basis der Wasserdaten, wie die Qualität des Wassers ist, aber dann auch so etwas eher Hintergründiges, wie hier eine Straßenkarte der Metropolregion Rhein-Neckar, wo eben die Brückenbelastbarkeiten abgebildet werden, damit Spediteure mit Schwerlastkränen ein besseres, leichteres Routing hinbekommen. Bei Remix Cultura geht es eben darum, nochmal zu schauen, was haben wir da in der Region, vielleicht auch zu bestimmten Themen, zu Industriekultur oder zu jüdischem Rhein-Neckar, Dinge vorliegen, dass man sie auch verbinden kann miteinander und für die Region abbilden kann, dass man sie in Anwendungen verarbeiten kann oder dergleichen. Das ist die Art und Weise, wie Kulturdaten angefangen haben, sich logisch zu vernetzen über das semantische Web 2007 und so sieht es jetzt aus. Und dann können dann auch so schöne Sachen entstehen wie eine bekannte von mir, die auf Basis der Digitalisate des Landesarchies Baden-Württemberg eben diese Patentzeichnungen zum Leben wiedererweckt, die vektorisiert und zu interaktiven Anwendungen macht. Und der Plan ist jetzt eben, mit den Archivaren zusammen entlang bestimmter Themen über ein Jahr hinweg die Daten zu öffnen, schöne Sammlungen zusammenzustellen, damit nächstes Jahr da ein ganz netter Codeschheim entstehen kann, der, wenn alles gut geht, wahrscheinlich auf dem auf dem Denkfest stattfindet. Das ist jetzt noch gerade so in der Sondierungsphase. Zivile Technologie. Also das fängt schon an irgendwo, dass sich, da sind wir bei Aktivismus, tatsächlich auch die Zivilgesellschaft rüstet, technisch rüstet, wie hier bei einer Demonstration in Polen, wo man einfach hinter die Linie der Polizei schaut, mit einer Drohne eben. Aber das sind so eher die, wäre jetzt eine aggressive Sicht auf zivile Technologie. Das kann auch einfach nur, das können Bürgersensoren sein, die man heranzieht, um ein feinmaschigeres Sensorennetz hinzubekommen, was dann auch in solchen Karten landet, beispielsweise, bei denen Wasserwerte, hier ist interessanterweise schon jemand, der unterhalb der BASF die Wasserwerte misst, eingepflegt werden können. Oder hier in der Biodiversität Erfassungen stattfinden können. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen, wie Zivilgesellschaft mit Anadministrationen zusammenarbeiten kann. Das fängt einfach vom Datensammeln an, aber dann auch bis hin zum gemeinsamen Untersuchungsdesign, zu wirklich gemeinsamen Planen von Lösungen. Und hier ist nochmal interessant, dass auch die Vermittlung zwischen Sichtweisen, zwischen Aufgaben, von in dem Fall Forschung und Zivilgesellschaft, einen wichtigen Teil einnimmt. Aber es ist auch so, dass man das eigentlich übertragen kann, generell auf die Administration. Also es ist durchaus da auch ein Potenzial drin, eben dass Zivilgesellschaft mit Administration einen verständnisvolleren Umgang bekommt und dass eben Administration ihre Sorgen und Nöten besser vermittelt. Dazu gab es eben halt auch schon diese Skyclaw-Veranstaltung zur Erfassung von Lichtverschmutzung. Das ist ganz sweet. Und da kann man sich auch durchaus vorstellen, dass man da stärker auch von Seiten der Administration da reingeht, um auch Dinge zu erfassen, Meinungen zu erfassen, aber auch gemeinsam zu planen auf die Art und Weise oder auch den Leuten ein Gefühl dafür gibt, was bedeutet das oder wie korreliert letztendlich Planung mit Ausgaben. In dem Moment, wo wir jetzt quasi eine Notsituation haben, wo wirklich ein Flüchtlingsaufkommen da ist, was offenbar die Administration zu überfordern scheint, ist eigentlich genau ein guter Zeitpunkt, dass man eben da auf Augenhöhe zieht mit der Administration, wo wir die letzten 40 Jahre noch eigentlich in dem Modus waren, gerade in Deutschland, das zu delegieren alles, alles was irgendwie so gemacht werden muss, naja, das macht halt eben der Staat, wie man so schön sagt. Die Zeiten sind sehr wahrscheinlich auch ziemlich langfristig vorbei, also da sind die Ressourcen einfach zu knapp. Es war ja auch gerade, wurde auch der neue Doppelhaushalt vorgestellt bei der Stadt Mannheim, da wurde auch viel gestrichen wieder und so und das ist jetzt, kommt auch nicht irgendwo so aus der Luft, es ist einfach so, dass tatsächlich aus demografischen Gründen, aus Gründen dessen, dass halt auch viele Beamte in Pension gehen ab 2020, also der ganze Umbruch, der da jetzt stattfindet, einfach sehr viel Steuern kosten wird und entsprechend schon es notwendig ist, dass da sehr viel stärker kollaborativ zusammengearbeitet wird und dann gibt es halt schon mittlerweile ein paar Anwendungen, überall wird entwickelt, wird gemacht, wird getan, interessanterweise dann aber auch schon wieder sehr verteilt, viele Redundanzen, wo einfach die einen dasselbe machen wie die anderen, also da ist eigentlich schon auch ein Bedarf da, eine Lösung für herzukriegen, ich helfe jetzt wieder dasselbe, bloß halt anders und so ist es auch relativ meistens regional eingeschränkt, natürlich ist Berlin da ganz stark drin, dann gibt es auch eben noch Anwendungen gleich dazu, die halt schön auf dem App laufen, das ist auch das einzig Sinnvolle, dass man so stark wie möglich mobil ist und zur Frage stellen, ganz tolles Projekt ist hier auch das Phrasebook, wo letztendlich zu allen möglichen Sprachen Input geliefert wird, was man jetzt nicht einfach mal so den Engines von Google Translate überlassen kann, sondern wo es schon auch mal darum geht, wirklich Menschen als Crowd Crafts heranzuziehen und die halt eben da Input liefern und Phrasebooks aufbauen. Die Frage ist zum Beispiel, wie kann man auch an so ein Phrasebook irgendwie mit einer Schnittstelle ran, wäre auch mal interessant. Volunteer Planner, auch wieder hier in Berlin, hier in Berlin, dort in Berlin, ganz bekannt hier, Flüchtlinge willkommen, die haben sie auch massiv ins Fernsehen gepackt, stehe ich total im Bild, geht, okay, du guckst jetzt alles so über den U-Weg an und es ist auch wichtig, dass sowas in die Medien kommt und eben nicht nur deswegen, dass es einfach die Möglichkeit gibt, das zu nutzen, sondern eben auch um klarzumachen, dass Potenzial da ist, in der Gesellschaft eben Hilfestellung zu leisten, gerade wenn es ums Technologische geht. Hier auch mal interessant, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Das ist in der Schweiz ein Projekt, wo man eine Anwendung entwickeln will, die einen Asylantrag schon vor Ort erzeugt und damit einfach kein lebensgefährlicher Fluchtweg mehr begangen werden muss. Das ist aber auch eher schon im Moment so eine Petitionsphase und wir haben jetzt in Mannheim eben die vorhin schon genannten Initiativen, da gibt es auch noch ein paar mehr, aber was heute irgendwie so sich auch vielleicht ganz gut fügt, ist, dass wir Hackerstolz da haben, den Jascha vor allem jetzt. Du würdest nachher noch mal was sagen? Ja. Okay. Was es mit dem Refugee-Hack auf sich hat und da wird tatsächlich was auf die Straße gebracht, das ist das eine. Das andere ist, dass Doris Mayer eben organisieren will, eine Plattform bauen will, die einen besseren Überblick über die Aktivitäten schafft. Und dann ist es noch so, dass eben Florian Köhler da ist von Freifunk und Freifunk also generell erstmal Freifunk dafür da ist, freies WLAN und also wirklich freies WLAN unter die Bevölkerung zu bringen, aber besonders natürlich sinnvoll da ist, wo eben Flüchtlingsheime sind, weil eben für solche Anwendungen und auch den Kontakt mit der Außenwelt, auch mit den Angehörigen eben ein freies WLAN total wichtig ist. Und ich würde mal mit Florian Köhler anfangen, dass du mal jetzt erklärst, was hat es mit Freifunk auf sich und was sind eure Aktivitäten im Zusammenhang mit Flüchtlingshilfe? Brauchst du irgendwie Optik oder machst du es frei? Wenn du möchtest, kannst du schon mal das Wimeo-Video runterladen. Welches jetzt? Geh mal auf freifunk.net, dort ist ein Video verlinkt, das erklärt die ganze Sache eigentlich ganz gut. Nochmal generell zu mir, mein Name ist Florian Köhler, ich bin von Freifunk und mal für den Überblick, wer hat vor heute noch nie etwas von Freifunk gehört? Traut euch, Hand hoch. Okay, super. Das sind viel weniger, als ich erwartet habe. Freifunk gibt es jetzt schon, die Wurzeln reichen so 10, 15 Jahre zurück. In Berlin ist es aufgekommen. Es ist erstmal die Idee, dass eigentlich das Internet sehr wichtig ist und wir als Verein gerne jedem Internet zur Verfügung stellen möchten. Dafür haben wir eine Software entwickelt, die man auf so einen handelsüblichen Router installieren kann und wenn unsere Software hier drauf ist, ist dieses Gerät nicht mehr ein normaler Router, sondern ein Freifunk-Router. Der macht dann ein offenes WLAN auf, das heißt dann in unserem Fall freifunk-reineckar.de und das hat kein Passwort und da kann man sich einfach drauf verbinden, anklicken und man ist drin und hat Internet. Für denjenigen, der sowas aufstellt, kann es in Deutschland ein Problem sein. Deutschland ist ja leider Internetentwicklungsland. während ich in Peru schon auf der Düne saß und freies WLAN hatte, weil das Hotel nebenan einfach so ein WLAN frei aufgemacht hat und ich eigentlich überall auf der Welt immer freies WLAN finde, ist das in Deutschland rechtlich leider nicht möglich. Stichwort Störerhaftung. Jetzt ist es so, dass Freifunk auch ein Internetprovider ist und Internetprovider sind von der Störerhaftung ausgenommen. Das heißt, rechtlich gesehen ist dieser Freifunk-Router unser Internetabschlussgerät, und wenn ihr daran außer unserer Software drauf zu spielen nichts verändert, dann seid ihr rechtlich auf der sicheren Seite, weil wir diesen Internetanschluss als Internetprovider bereitstellen. So, da gibt es auch ein nettes kleines Video. Es dauert wahrscheinlich schon eine Sekunde, bis es geladen ist. Das ist in Deutschland leider zwingend notwendig, dieser rechtliche Hack, dass wir diese Idee, jedem freies Internet zu bringen, durchsetzen können, weil es ist heute schon unmöglich zu sagen, wenn man ein Café ist, wer der Kunden jetzt mit dem Passwort hier Unsinn angestellt hat, wenn es WLAN frei ist und da wirklich jeder drauf kommt, ist es praktisch unmöglich. Und bei uns ist es so, der Nutzer geht von dem Router auf unseren Server verschlüsselt und selbst wir können nicht feststellen, von wo dieser Traffic kam und leiten das ins Internet weiter. Also derjenige, der so ein Gerät, das sich da einem aufstellt, der sollte nicht dafür haften, für das, was andere böse Leute darüber tun. Das ist so die allererste Frage, die normalerweise kommt in Deutschland. Was ist, wenn böse Leute böse Dinge über meinen Internetanschluss tun? Wie gesagt, Haftung ist in diesem Fall auf unserer Seite, der Verein kümmert sich darum und jetzt würde ich gerne mal noch so in die Runde fragen, uns gibt es jetzt seit anderthalb Jahren, was glaubt ihr, wie viele Abmahnungen und Anzeigen in Summe wir bekommen haben in diesen anderthalb Jahren bei ungefähr 500 Nutzern, die gleichzeitig immer online sind im Rhein-Neckar-Gebiet? Exakt, null. Die Menschen sind nicht so böse, wie man immer denkt. Anderthalb Jahre, 500 Nutzer gleichzeitig online, keine einzige Abmahnung, keine einzige Anzeige. Ich würde mal behaupten, die Störerhaftung ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wir sollten es so machen wie der Rest der Welt, einfach unser Internet erlauben, dass jeder es frei gibt. Okay. Genau. Video auf freifunk.net gibt es dieses Video, auch auf ffrn.net, also freifunk-rhein-neckar.de. Es ist so, man stellt sich diesen Router hin, dort kommt unsere Software drauf. Diese Router, die bauen auch noch ein Maschen-Netzwerk auf. Das heißt, wenn euer Nachbar auch einen Freifunk-Router hat, dann verbinden die sich automatisch und die bauen ein Maschen-Netzwerk auf. Das heißt, wenn ihr jetzt mit euren Nachbarn theoretisch Daten austauschen möchtet, dann müsst ihr gar nicht über das Internet. Ihr geht einfach von eurem Router auf den Router von eurem Nachbarn und dann auf dessen Gerät. Mehr passiert da nicht. Wenn man das weiterdenkt, wir haben auch als Ziel sogenannte Backbones aufzubauen. Das heißt, in Berlin ist es schon sehr groß im großen Stil vorhanden. Hier fangen wir erst gerade damit an. Das ist dann so, dass wir auch sehr große Strecken überbrücken können. Das heißt, mit Richtfunk und so weiter verbinden wir zum Beispiel Mannheim mit Heidelberg. Wenn also jemand in Mannheim mit jemand aus Heidelberg reden möchte und beides sind in Freifunk, dann geht das direkt von dem einen Gerät über den Freifunkrouter, über unsere Richtfunkstrecke nach Heidelberg und wieder runter. Das heißt, wir bauen tatsächlich Netze auf und so ein Netzwerk ist normalerweise teuer. Es gibt nicht viele Internetanbieter, die eigene Kabel legen. Das hat einen Grund. Es ist teuer. Mit unserer Technik ist das viel einfacher. Wie gesagt, 20 Euro so ein Router könnt ihr irgendwo kaufen unsere freie, kostenlose Software draufladen und schon habt ihr ein Gerät. Wenn euer Nachbar auch ein Gerät hat, habt ihr schon zwei Geräte und die bilden schon wieder ein kleines Netzwerk. So, wie gesagt, es ist in der Technik recht kompliziert, in der Praxis sehr einfach. Guckt euch an, wir haben ein WLAN hier, Freifunk Rhein-Neckar. Da kann jeder drauf. Draufklicken, ihr seid im Internet. Der, der den Knoten aufgestellt hat, hat kein rechtliches Problem. Das möchten wir gerne überall haben und gerade hier im Internet, im Internet, ich wohne da im Internet, und gerade hier bei der Flüchtlingshilfe ist das halt eben essentiell, weil die Leute, für uns ist Internet teilweise Luxus, für die Leute ist es essentiell. Die müssen sich in einem fremden Land zurechtfinden, die müssen ihrer Familie vielleicht daheim sagen, hallo, ich lebe noch. Die müssen wissen, wie ihre nächsten Schritte sind, was sie tun müssen, was sie tun können, dürfen. Also für die ist es richtig wichtig und deswegen bin ich heute für Freifunk hilft hier. Wie sind da bis jetzt eure Erfahrungen? Bitte? Jetzt was Flüchtlingsheime angeht, wie geht ihr da vor? Wir versuchen, Kontakt herzustellen zu den einzelnen Unterkünften. Es gibt momentan noch sehr wenige Freifunker, also vor allem, es gibt sehr wenige Menschen, ungefähr 300, im Rhein-Neckar-Gebiet, die sich so einen Router aufgestellt haben. Die Anzahl der aktiv Helfenden ist natürlich noch sehr viel geringer. Also ich bin um jede helfende Hand dankbar. Deswegen gehen wir folgendermaßen vor. Wir warten, bis jemand kommt und sagt, hey, da gibt es eine Flüchtlingsunterkunft, die brauchen dringend Internet. Und dann gucken wir, wie wir den Kontakt vor Ort herstellen. Wer ist der Ansprechpartner? Wer betreibt diese Unterkunft? Wer darf uns erlauben, ein Gerät aufzustellen? Wer ist eventuell dafür verantwortlich, einen Internetanschluss zu buchen? Oder wer darf uns erlauben, dass wir per Richtfunk hingehen? Und das sind viele, viele Stellen, an die wir da müssen, weil es kann sein, die Unterkunft ist vom Kreis betrieben, das Gebäude gehört aber einer Privatperson, der Kreis mietet sich da ein, der Kreis sagt, okay, die Privatperson sagt aber, ich will nicht. Hatten wir alles schon. Positive Stories, wir haben momentan 20 Unterkünfte, die wir auf diese Art im Rhein-Neckar-Gebiet betreuen möchten. Eine haben wir letztes Wochenende abgeschlossen, in Grasellenbach. Dort haben jetzt die Menschen eben freies Internet, dort haben wir eine Richtfunkstrecke aufgebaut und was auch noch gut aussieht, ist Heppenheim, das wird wahrscheinlich bald kommen und wir sind an vielen anderen Unterkünften dran, aber es ist, wie gesagt, uns fehlen Aktive, die eben mit Menschen reden, die Verbindungen herstellen und die sich einfach organisatorisch kümmern. Also das Aufstellen der Geräte, das ist echt der kleinste Act. Aber irgendjemand muss ja den Hut aufhaben, wenn es um einen Flüchtlingheim geht. Wie ist denn da die Situation? Ist es so divers, ist es so schwer rauszufinden? Also es ist von der Organisation her so, ich koordiniere das Projekt und versuche dann einen Ansprechpartner für eine Unterkunft zu finden, gebe dem eben Hilfe an die Hand, nach was muss er fragen, was Genehmigungen brauchen wir, was muss alles passieren, damit wir am Ende hingehen können und sagen können, hier stehen die Route, Schalter, Stecker, läuft. In der Theorie hört sich das einfach an, in der Praxis kriegen wir da von allen Ecken auch ungewollt leider Steine in den Weg gelegt, weil das eben auch für Verwaltung ein Act ist zu sagen, ja, ihr dürft. Wobei erwähnenswert ist, dass immer mehr Kommunen generell, wenn es darum geht, freies Internet im Stadtraum zur Verfügung zu stellen, zunehmend eben mit Freifunk zusammenarbeiten. Ja, also es ist so, dass auch die, also in Bezug auf Freifunk hilft, haben wir zum Beispiel in Hessen eine landesweite Genehmigung bekommen. Das Regierungspräsidium in Hessen hat gesagt, wenn es irgendwo eine Unterkunft gibt, die von Freifunk versorgt werden kann, dann erlauben wir das. Diese Erklärung ist an die anderen Regierungspräsidien weitergereicht worden, sodass wir in Hessen jetzt sozusagen schon mal auf dieser Ebene freie Hand haben. In der Praxis sind wir jetzt größtenteils hier in Baden-Württemberg. Da haben wir jetzt auch Kontakt eben zu den entsprechenden Stellen oder versuchen den teilweise aufzubauen, aber es ist, wie gesagt, viele Stellen, viele Leute, viele Leute, die es erstmal erklärt bekommen müssen und viele Leute, die Ja sagen müssen. So, jetzt wissen wir schon mal, wie es zum Netz geht, wenn alles gut läuft und so. Jetzt fehlen halt noch die Anwendungen. Da will Hackerstolz mit dem Refugee-Hack rein. Du hast eine Präsi dabei? Genau, ich würde die mit drauf tun. Ich vertrete hier heute mit vielen anderen Kollegen Hackerstolz, also ich bin nicht ganz alleine gekommen. Ich glaube, ein Viertel des Zeltes ist hier von uns überlagert und ich will euch vor allem mal einen kurzen Einblick geben, was wir nächstes Wochenende am 17. Oktober hier auch einen Zeitraum-Exit und im C-Hub geplant haben und was Ziel der Veranstaltung ist. Ganz unten. Genau. So. Also inspiriert wurden wir von dem Haupt-Event in Berlin. Der Hackathon wird dort am 24. und 25. Oktober stattfinden, initiiert von der Anke Domscheit-Berg und parallel gibt es halt zwei Satelliten-Events. Einmal den am 17. Oktober hier in Mannheim, Zeitraum-Exit-C-Hub und es wird einen auch am 17. Oktober gleichzeitig in Hamburg geben. Also hier ein kleines Bild von uns. Erstmal, was machen wir? Was haben wir so die letzten Male immer so gemacht? Zu unserem Verein Hackerstolz. Wir sind wirklich sehr, sehr jung. Gegründet haben wir dieses Jahr im Februar und unser erster Hackathon, den wir hier veranstaltet haben, das war in Marfinex der Edo-Hacks, wo es darum geht, dass unterschiedliche Teilnehmer, Designer, Programmierer und Leute aus dem Education-Bereich sich beteiligen, coole neue Apps, Software zum Thema Lernen und Bildung zu entwickeln. Weil es ganz gut angekommen ist, dachten wir, gut, machen wir mit dem Verein doch mal weiter und guck mal, was so da rumkommt. Und so ist dann dazu gekommen, dass mittlerweile ganz viele unterschiedliche Eventreihen stattfinden von Hackschool, wo wir Leuten Programmieren beibringen. Wird übrigens auch am 18. stattfinden, direkt nach dem Refugee-Hacks, wie aber halt dann jetzt natürlich auch der Hackathon im Oktober. Anschließend auch dieses Jahr im November der Startup-Hacks in Mannheim, das ist der Startup-Requent, was auch wieder im Marfinex stattfinden wird. Und für nächstes Jahr haben wir mit dem Food-Hacks in Berlin und einigen weiteren Planungen hier in Mannheim auch wieder eine sehr interessante Pipeline, die garantiert für viele Leute interessant ist, da mal reinzuschnuppern. Also, Inspiration. Was ist denn jetzt so der Grundgedanke dahinter gewesen? Wir haben halt einen Tweet von der Anke Domscheit-Berg gelesen und dachten, Mensch, dann lass uns doch das so was machen. Wir haben hier Kompetenzen in dem Bereich Hackathon organisieren. Das wäre doch eine tolle Idee, genau so was dann hier auch in Mannheim umzusetzen. Ziele sind letztendlich unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen. Auf der einen Seite natürlich klar Programmierer, aber wir wollen auf jeden Fall Aktivisten, Experten in dem Bereich und wenn es auch geht Flüchtlinge selber für das Event gewinnen, die dann dabei teilnehmen, an Projekten zu arbeiten, die im ersten Gedanken vor allem nachhaltig sind. Wichtigstes Ziel ist natürlich nicht, dass da nette Prototypen entstehen, sondern tatsächlich Projekte ins Leben gerufen werden, wo die Menschen im Nachhinein daran weiterarbeiten und diese Apps oder diese Software wirklich nachhaltig den Bedarf von irgendeiner Gruppe trifft. Ob es nun eine Spendenplattform ist, ob es eine Plattform ist, um Sprachen zu lernen oder irgendwas anderes oder einfach nur zur gemeinsamen Betätigung, dann haben wir da schon ein großes Ziel erfüllt. Wie wird also das Ganze ablaufen? Zum einen haben wir ein großes Sammelsorium aktuell von ganz vielen Ideen aus ganz Deutschland, wo schon viele Leute Ideen zusammengetragen haben, Tech-Ideen, App-Ideen und teilweise werden diese Projekte auch schon umgesetzt. Herausforderungen am Anfang des Events wird es dann vor allem sein, die Leute mit einem Projekt an den Start gehen zu lassen, wo wir wissen, diese Idee, die gibt es noch nicht, diese Idee wird gebraucht und diese Idee kann auch zum Erfolg führen und das Team kann die auch umsetzen. Letztendlich werden wir dort von vielen freiwilligen Design-Thinking-Coaches unterstützt, die die Teams dort unterstützen. Ganz am Ende soll dann die Präsentation dementsprechend ausschauen, dass jedes Team beschreibt, welches Problem habe ich mich gewidmet, wie sieht meine Lösung aus, was habe ich bisher erreicht, was will ich noch machen und welche Unterstützung brauche ich. Brauche ich vielleicht die Presse, damit die App vor allem bekannt gemacht wird. Letztendlich scheitert es nämlich daran, dass es dann zu wenig Nutzer gibt oder fehlen mir eventuell bestimmte Skills, fehlt mir ein bestimmter Programmierer, fehlt mir noch ein bestimmtes Mitglied in meinem Team, um dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Was brauchen wir dementsprechend? Also ich glaube, es wird ein ganz großartiges Event, ein volles Haus, nicht ohne Grund. Haben wir auch noch Räumlichkeiten im C-Hub dazu bekommen, wo wir sehr froh darüber sind. Mein Bauchgefühl sagt, dass wir weitaus mehr als 60 Leute dann sein werden an diesem Samstag und das klingt wirklich danach, dass es wirklich nach vielen Ideen und viel Spirit hier sprudeln wird. Nichtsdestotrotz, was wir vor allem brauchen, sind Leute, die danach diese Ideen auch bekannt machen, die sich das anschauen, was wir hier gebaut haben, uns entweder vor Ort zu unterstützen, die Teams zu unterstützen, eigene Ideen, eigene Sichtweisen reinzubringen, als Experte zu fungieren und im Nachhinein diese Projekte an die Welt wie ein Marktschreier rauszupersauen, damit wirklich die Leute wissen, was für tolle Software hier gebaut wurde. Wann und wo, das ist natürlich dann dementsprechend das Wichtigste. Ihr habt schon mal hier zum Zeitraum Exit gefunden, das ist sehr gut, also kommt am 17. Oktober einfach wieder und wer auch Lust hat, am 18. Oktober, am Sonntag, direkt am Tag danach, wird auch die nächste Hackschool stattfinden, das bedeutet, jeder der Interesse hat, kann dort an den Projekten weiterarbeiten, bekommt dort Unterstützung von kostenfreien Mentoren von unserem Verein und wer eh schon mal Gedanken gespielt hat, gut, ich würde mal gern in diese IT-Welt reinschnuppern, dann dient genau dieser 18. dazu zu zeigen, wir kochen alle nur mit Wasser und jeder kann programmieren lernen, jeder merkt, dass das eigentlich ein ganz spannendes und interessantes Thema ist, wo man Superkräfte gewinnt. Dementsprechend erstmal hier in die Runde, ob ihr Fragen habt zu unserem Refugee-Hackathon nächste Woche am Samstag. Also das heißt, ich könnte mit meinem Projekt da hinkommen, das vorstellen und dann sagen, was ich brauche oder fragen, was ich brauche und dann eine Gruppe finden oder wie stellt man sich das dann vor? Also mein Ziel oder unser Ziel ist es vor allem, dass wir Leute wie dich mit einem Team zusammensetzen oder zusammenbringen können, vor allem auch mit Programmierern, wo wir wissen, okay, du konntest die für deine Idee begeistern und ihr lebt auch nach dem Projekt danach noch weiter. Eigentlich sehe ich diesen 17. Oktober eher als Ziel, die Teams zusammenzubringen. Ich glaube nicht, dass an dem einen Tag schon irgendein Projekt fertig entwickelt wird, aber der größte Erfolg ist schon, wenn wir wissen, wir haben hier Fäden gestrickt, wir haben hier Kontakte geschaffen und den Leuten hier eine Plattform geboten, wo sie das erstmal zusammengekommen sind und danach dann weiterarbeiten. Das hoffen wir auf jeden Fall. Also die gesamte Flüchtlingssituation ist ja noch ziemlich das Neuland. Das Wort ist schlimm, aber es scheint ja oft Neuländer zu geben. Mittlerweile in vielen Bereichen tut sich viel. Insofern stelle ich mir schwer vor, also Neuland in Sachen Herausforderung, ich stelle mir es schwer vor, die Bedarfsmomente zu identifizieren. Was braucht ihr damit, damit ihr da irgendwie Input habt? Einen großen Input haben wir glücklicherweise schon. Es gab ganz viele tolle Leute hier in Deutschland, die sich schon die Gemüe gemacht haben, ganz viele Projekte und Ideen zu aggregieren und man kann sagen, in einer Art tabellarischen Weise zusammenzufassen, was es denn wirklich gibt und wo wirklich der Bedarf liegt. Und mit diesen Informationen wollen wir dann mit unseren Coaches und vor allem den Experten hier dann vor Ort ganz konkret identifizieren, aha, wir haben hier drei, vier, fünf Ideen, die gehen alle so in die Richtung, Flüchtlinge würden gern hier ein bisschen mehr Betätigung haben, langweilen sich oder möchten eine explizite Rechtsberatung, was auch immer. Dass wir dann eine ganz konkrete Idee da immer rauskristallisieren können und die Schlüssel zum Erfolg sind einmal diese Ideensammlung, die von den Leuten schon entstanden sind, auf der anderen Leute die Flüchtlinge und Aktivisten, die als Experten vor Ort vor Ort sind und unsere Coaches, die das halt mit ihren Methodigen in die richtige Richtung leiten. Das heißt, ihr habt auch Flüchtlinge dabei auf der Veranstaltung? Das ist der Plan. Das ist der Plan, Wie viele ist, weiß ich es nicht. Ich habe letzte Woche nochmal mit jemanden beim Kaffee zusammengesessen, der wohl ein paar Flüchtlinge auch mit vor Ort dann einspielen lassen will. Und es haben sich ja wohl schon konkret welche angemeldet. Wie ist es mit Leuten aus dem Operativen? Also tatsächlich aus dem Feld? DRK oder es gibt ja auch eine Koordinationsstelle bei der Stadt Mannheim? Wir haben natürlich viele Aktivisten dabei sind. Nice to meet you wird dabei sein hier aus Mannheim, von dem ihr schon viel gehört habt. Und wir haben viele dabei, wo die Teilnehmer selber oder zum Beispiel Verwandte, wie jetzt die Frau oder der Mann der Teilnehmer auch als operatives Organ jetzt hier zum Beispiel in der Stadt tätig sind, in Flüchtlingsheimen arbeiten oder in anderer Weise mit Flüchtlingen oder der Flüchtlingskrise schon Kontakt hatten. Und das sind die Schlüsselpunkte bei uns, die uns nämlich am Ende den Input geben, ja, das wird gebraucht, das brauchen wir, das ist das Problem, was wir jeden Tag haben. Wolltest du noch was fragen? Nee, weil das Problem scheint ja auch ein bisschen den Überblick zu bekommen, überhaupt, was gibt es für Akteure, was gibt es für Bedarfsmomente, welche Prioritäten müssen gesetzt werden. Ob das jetzt tatsächlich im physikalischen in der Organisation vor Ort ist oder ob es halt eben in der Fragestellung nach Lösungen, nach technologischen Lösungen ist. Insofern haben wir hier Doris Mayer, die sich dem Thema widmet mit zweierlei Dingen. Das eine ist ja erstmal Each One, Each One, das kannst du kurz vorstellen und das andere ist halt eben quasi eine Plattform zu schaffen, um da einen Überblick stärker zu bekommen. Jetzt? Geht. Ja, also ich bin Doris Mayer, ich habe BWL studiert und mich dann gelangweilt und bin Anfang des Jahres im Bereich Stadtentwicklung aktiv geworden, habe mich mit den Konversionsflächen beschäftigt und habe mir gedacht, ey, das ist unsere neue Welt, da müssen wir was machen und da bin ich dann auf Flüchtlinge gestoßen, das war ungefähr im April. Jetzt frage ich mal in die Runde, wer hat denn schon mal einen Flüchtling kennengelernt? Okay, das ist schon mal mehr als in den meisten Veranstaltungen, wo es über Flüchtlinge geht, da haben die Leute nämlich meistens noch nie einen gesehen. Wir haben jetzt ein Video, ich glaube, du hast das gelernt. Also, wie es entstanden ist, ich war auf einem interkulturellen Fest oder ja, so einem Brunch im Dezernat 16 in Heidelberg und habe dann einfach den Abdoulaye kennengelernt, der da eben auch war und passt. Also, das ist wie gesagt, der Abdoulaye, der hängt bei mir in meinem Haus was auf, was ich sonst nicht gemacht hätte, weil ich einfach keinen Hammer in die Hand nehmen und er halt sowas gerne macht, Handwerker ist, Metallbauer und dann habe ich mich eben damit beschäftigt, okay, ich wusste nicht, dass wir Flüchtlinge in Heidelberg haben und als ich das gemerkt habe, habe ich mich mit ihnen unterhalten und gemerkt, dass sie absolut nichts zu tun haben und fand das total krass, weil es in Heidelberg so viel Angebote gibt und dann sind wir durch die Stadt und dann habe ich sie halt, wir mögen Reggae und dann war da jemand, der Reggae-Papiere verteilt hat, dann haben wir halt geguckt, dass wir zu deren Veranstaltungen einfach mal hingegangen sind, das war jetzt nicht gerade die ultimative Innovation, aber dadurch dann halt mal was passiert ist. ja und wir sind eben mit diesen Two Lions, die da aufgetreten sind, dann ins Gespräch gekommen, also man muss sich jetzt so vorstellen, das war das erste Mal, dass sie auf Partys gegangen sind, weil sie einfach nicht reinkommen teilweise, weil sie halt schwarz sind, muss man ehrlich sagen, es gibt viele Clubs, die da nicht zugelassen haben, aber es gibt genug Aktivitäten, wo sie eigentlich hinkönnen, wenn man sie nur mal hinkommen lässt. Ich glaube, wir können uns diese ganzen Sachen hier nicht anhören, weil es einfach zu leise ist. Also er erzählt ja jetzt einfach von seiner Flucht und wie er durch Afrika gekommen ist, was er erlebt hat, dass er viel gesehen hat und für mich war das eben auch ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja krass, das ist einfach jemand, der in meinem Alter ist, der halt so eine Art Weltreise gemacht hat, zumindest eine halbe und viel zu erzählen hat und jetzt hier ist und im Grunde irgendwas braucht, wo er seine Zukunft gestalten kann, ja. Und mir war das vorher einfach auch nicht richtig klar, dass Flüchtlinge im Endeffekt so sind wie wir. Also man hat immer so ein komisches Bild im Kopf und als mir das klar wurde, war mir für mich unverständlich, was gerade abgehen, weil Leute, die ganz viele Fähigkeiten haben, hier sind und einfach nichts machen dürfen und es immer mehr werden und im Endeffekt habe ich gemerkt, okay, die Gesetzeslage wird sich so schnell nicht ändern, da muss man irgendwie außen rum arbeiten und im Endeffekt muss man eigentlich nur die Gesellschaft aktivieren, damit denen auch allen klar wird, was geht und dann ist genug da, was man tun kann. Und dann ist eben dieses, am Abend, wo wir rumsaßen und haben uns gegenseitig was erzählt, er ist ein Metallbauer, der Jaro, der auch hier ist, ist Architekt, dann haben wir uns unterhalten und dann kam einfach so die Idee, wir können voneinander saumäßig viel lernen und dann war es eben so each one teach one der Gedanke. Zum Beispiel der Abdullahi hat sich selbst noch nie natürlich im Fernsehen gesehen oder auf dem Computer, hat auch selber noch nie einen Computer bedient, hat nur ein Smartphone, also wo er herkommt, ist halt wirklich kein Herd, da kocht man auch irgendwie so, weiß ich nicht, mit Feuer und dafür muss man sagen, hat er sich jetzt extrem schnell hier eingelebt, also das ist, aber gleichzeitig haben die Flüchtlinge auch Sachen dabei, also sag ich mal, Wissen, sowas, dass sie in Compounds leben, dass sie in Communities leben, die sich gegenseitig helfen und das, was wir so modern Urban Gardening, Shared Economy nennen, das machen sie halt einfach und haben dabei haben dabei einfach viele Vorteile und finden das so, wie wir leben, ziemlich arm, also so mein Einfamilienhaus, wo die Tür zu ist, finden sie ziemlich arm, so zu leben und da kann man echt viel mitnehmen und das einfach nur durch die Begegnung. Die Two Lions sind dann am nächsten Tag dann noch zu den Petten Barracks gekommen und haben da eine Flurparty veranstaltet und dann kamen auch das erste Mal alle verschiedenen Nationen aus ihren Zimmern, also man muss sich so ein Flüchtlingsheim echt vorstellen, also es gibt verschiedene, aber die meisten haben halt einzelne Zimmer, das sind ja Kasernen gewesen und da muss man wirklich überall klopfen, um sie überhaupt zu erreichen. Wenn man in den Fluren Aushang hängt, kommt auch nicht jeder vorbei, also überhaupt irgendwie die Flüchtlinge, die Leute da zu erreichen, ist extrem schwer und wenn kein Internet da ist, hat man im Grunde auch keinen Weg in die Zimmer rein, dann geht es eigentlich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, alle Aktionen, die ich irgendwo gestartet habe, die sind nur durch die Freunde, die ich im WhatsApp dann hatte gelaufen, die ich dann geschrieben habe bis ich dann irgendwann eine Facebook-Gruppe gemacht habe, aber auch da ist es jetzt auch nicht so, dass jeder sofort da reinguckt, also man muss ja auch so denken, nur weil man Flüchtling ist und nichts zu tun hat, geht man auch nicht zu jeder dämlichen Veranstaltung, die irgendwo angeboten ist, geht ja nach Interessen und nach Fähigkeiten, wo habe ich wirklich was davon, wenn ich hingehe. Und deswegen war jetzt meine Lösung im Endeffekt, wie ich es dafür sehe, eine Website zu machen, wo sie sich, wo man, wo jeder sich, also die Deutschen, wie die Flüchtlinge sich einloggen können, wo unsere Fähigkeiten und Potenziale abgefragt werden und auf der anderen Seite Projekte einzutragen, wo dann ein Matching passiert und man dann eben die Projekte für sich findet, wo man reinpasst. Und das können dann einfache Workshops wie Garten sein oder auch im Garten arbeiten sein oder eben dann auch Websites machen. Wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, man würde zu Hackerstolz gerne Flüchtlinge mitbringen, die jetzt eben Fähigkeiten in diesem IT-Bereich haben, wie findet man die jetzt? Und da ist eben das Erste, was man eigentlich mal braucht, so eine Art Datenbank von ihnen, mit ihren Fähigkeiten und ihren Kontaktdaten, dass man die Leute dann auch überhaupt erreicht. Und mit diesen Profilen könnten wir jetzt auf die andere Seite neben den Workshops eben auch Jobangebote reinmachen oder Praktikaangebote, um dann möglichst schnell die richtigen Flüchtlinge ins Praktikum zu bekommen. Und da will ich jetzt mit dem Wir für Flüchtlinge kooperieren, der in Heidelberg ist, die jetzt angefangen haben mit 1 zu 1 Mentoring-Beziehungen und jetzt darauf aufbauend eben in die Jobs rein wollen. Und das ist jetzt sozusagen ein Modellprojekt, wo einfach mal zwei Initiativen zusammenarbeiten. Und das ist genau der Punkt, der mir auffällt, der fehlt in der Administration. Da weiß das Sozialamt nichts von der Ausländerbehörde, sprich der Flüchtlinge, eigentlich abgeschoben wird. weiß es, die Ausländerbehörde das gar nicht und vermittelt ihm noch Jobs, während das Sozialamt ihm schon den Pass weggenommen hat sozusagen, weil da keine Kommunikation besteht. Genauso wie Flüchtlinge, die in Italien ihren Fingerabdruck abgegeben haben, müssen nach dem Dublin-III-Verfahren wieder zurück. Und bis das rauskommt, dass der Fingerabdruck in Italien gemacht wurde, sind manchmal sechs, sieben Monate vergangen, wo man dann schon Integrationsbemühungen gemacht hat, dann kommt das raus. Also da ist einfach die Kommunikation kaputt. Und die Problematik sind einfach die Gesetze, die das alles eben reglementieren. Ja gut, da ist natürlich auch Datenschutzgesetz im Spiel, was ja auch seine Vorteile hat. Aber es ist schon so, dass verschiedene Funktionen innerhalb der Administration eben auch Daten gar nicht austauschen können, wenn es dann auch noch letztendlich Cross-Border ist, dann wird es natürlich total schwer. Ich meine, das ist ja jetzt irgendwie auch absehbar gewesen. Insofern ist, vor dem Hintergrund ist es schon spannend, dass es da solche Schwierigkeiten gibt. Aber andererseits, naja, das sind halt einfach tatsächlich die Gesetze, die da auch im Weg stehen, was eben so einen Austausch angeht, so einen Datenaustausch. Aber du wolltest noch was anfügen. Also, es gibt, also das ist eine, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, das ist sozusagen einmal initiativübergreifende Vernetzung. Und das Lustige ist im Endeffekt, die Integration, die wir menschlichen machen müssen, müssen wir jetzt im Grunde auch im System machen. Also das ist im Grunde eine Systemintegration, die man betreibt. Langfristig kann man sich jetzt dann ja überlegen, hat man die Profile von den Leuten, kann man dann auch den Asylarbeitskreis mit ins Boot holen, kann man die Diakonie und die Caritas mit ins Boot holen, dass da einfach Kommunikation unter den Initiativen vereinfacht wird, beschleunigt wird. Und dann, das jetzt einmal über die Personen, aber dann gibt es eben nicht das Problem in Heilberg, dass an einem Wochenende fünf Veranstaltungen für Flüchtlinge sind, dass unsere Flüchtlinge in Heilberg einen halben Burnout bekommen, wenn sie zu allem gehen würden, was ihnen angeboten wird. Und dazu braucht man halt einfach Transparenz zu einem Informationsaustausch. Und dafür ist parallel mit Each One Teach One die Plattform Cordial Commons entstanden. Das ist im Grunde, ich beschreibe es gerne als ein Wikipedia der Projekte. Das ist einfach ein Wiki, in dem sich Initiativen eintragen können, wo es einen Kalender gibt und Adminrechte auf Ordner Funktionen gibt, also wo die Initiativen sich untereinander austauschen können, Konzepte auch planen können, also eine Transparenz schon in der Projektplanung bis hin zur Durchführung und auch, wenn es soweit ist, auch was daran gut und schlecht gelaufen ist, dass man im Nachhinein die Best Practice einfach weitergeben kann. Und so etwas wäre mit Sicherheit auch interessant weiterzuentwickeln oder darauf aufzubauen. Was ja total wichtig ist, weil wir hatten jetzt bislang so einen technokratischen Approach und hier geht es ja auch schon stark um die Dinge vor Ort, um das Miteinander und es ist ja letztendlich was jetzt auch, das eine ist das Management des Ankommens, der Erstversorgung, der Hilfe in Not, aber das Schwierige oder noch Schwierigere wird auf jeden Fall sein, wie kriegt man das gesellschaftlich schön organisiert, dass da halt einfach ein gutes Miteinander entsteht und auch, dass die Leute auch irgendwann eine gute Funktion übernehmen können, weil ohne Funktion in der Gesellschaft ist es halt immer schwer. Wir hatten jetzt vorgestern beim Kolini Social Club zwei Forscher da, die sich eben auch mit Psychologien auseinandersetzen, was Fremde angeht, was jetzt die Psychologie von Einwohnern gegenüber Zuwanderern angeht und ganz interessant ist, also, vieles wurde bestätigt, das war eine Studie vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, was man sowieso schon denken kann, aber es gibt noch mal ein ziemlich starkes Gewicht auf Zusammenarbeiten zwischen neuen Deutschen Deutschen und Deutschen, was das Positivieren von Fremden angeht, weil dann einfach so ein Verhältnis von sich aufeinander verlassen angeht und wenn man Projekte zusammen entwickelt, arbeitet man ja an irgendwas, man setzt sich ein Ziel, man muss Aufgaben verteilen und sich aufeinander verlassen können, also das ist laut den Forschern auch dann das stärkste Potenzial von gegenseitiger Integration drin. Ich meine, was mir generell eben Anfang des Jahres im Bereich Stadtentwicklung generell ohne Flüchtlinge aufgefallen ist, dass einfach irgendwie nicht das Bewusstsein da war, dass die Stadt Heidelberg hat Angebote gemacht zur Bürgerbeteiligung. Ich meine, wie gut die im Endeffekt wirklich dann wirken, ist eine andere Frage, aber allein, dass kaum jemand war in unserem Alter, wenn es unsere Stadt dann ist, wenn es gebaut wird in fünf Jahren, keine Ahnung, war für mich schon irgendwie so der Punkt, wo ich sagte, da müssen doch mal die Leute aus dem Sofa kommen. Und der nächste Punkt jetzt ist eben auch die Flüchtlinge selbst. Ich sage Ihnen, denen war und ist noch nicht klar, dass sie nicht warten können. Also wir alle können gerade nicht warten. Auf was warten wir? Der Staat kommt nicht klar mit der Situation und wenn wir auf ihn warten, passiert halt nichts. Und die Flüchtlinge selbst haben halt wirklich so ganz krass diese Einstellung, ich bin in Deutschland, endlich jetzt wird es bald besser. so und dann ihnen mal klarzumachen, ey, ihr müsst mithelfen, ja, genauso wie wir alle mithelfen müssen, um irgendwas auf die Beine zu stellen und dieses Bewusstsein bei den Leuten zu wecken, ja, und das im technischen Bereich genauso wie dann vor Ort, weil selbst wenn der Staat noch so viele Fördermittel freigibt für Projekte oder sonst was, wenn wir sie nicht annehmen, dann passiert halt nichts. Und das ist halt so das, was ich mir aus dieser Krise erhoffe irgendwo, dass die Leute einfach anfangen zu kapieren, okay, ja, ich kann ja, ich muss eigentlich auch was machen und was halt aktuell so ist, weswegen ich diese Plattform jetzt auch mache, ist, ja, ich würde gerne was machen mit Flüchtlingen und helfen, dann so, ja, was denn, ja, egal, vielleicht irgendwas mit nähen oder so und wie viel Zeit hast du, ja, zwei Stunden die Woche. Und dann brauchst du halt im Endeffekt eine organisierte Workshop-Struktur, wo Leute, die halt zwei Stunden die Woche Zeit haben, mal was machen können, ja, aber die eigentlich wichtigen aktuell sind die, die wirklich ihre Zeit dafür investieren, die Organisationsstrukturen dafür aufzubauen. Das sind Plattformen, aber auch Räumlichkeiten, das ist Kommunikation unter den Leuten, das ist verdammt viel Arbeit und die wird nicht einfach so passieren, da braucht's Leute, die voll hinten dran stehen und das sind einfach aktuell, kann man die so wie Pilze sehen, in der Stadt gibt's immer so fünf, sechs, die auf der Veranstaltung sind, die man überall sieht, die alles wissen, die alles mitkriegen und denen läuft's halt über, weil sie ihren E-Mail-Postfach nicht mehr lesen können, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sie alles vernetzen, was sie mitbekommen, denen fehlt sozusagen das Tool, zum Beispiel ich, wie oft ich einfach gerne bei WhatsApp einem den anderen Kontakt schicken wollen würde, ja, so hier, hier, zack, vernetz euch mal, ihr macht's gleiche. So, das fehlt einfach, man muss immer mein Ding kopieren, einfügen, keine Ahnung, das ist komisch, also klingt blöd, aber wenn ich es einfacher könnte, würde ich viel mehr Leute zusammenbringen können, solche einfachen Tools fehlen, oder ja, dass es eine Seite gibt, wo die ganzen Informationen draufkommen, wo man schnell noch was dazu sagen kann, in Facebook gibt's sechs, sieben Gruppen, die alle über Flüchtlinge gehen, ich bin in allen drin, ich krieg's alles mit, und irgendwann hast du gar keinen Bock mehr, die Sachen zu verteilen, so, weil du denkst, ach Mann, ey, ich würd eh nie aufhören, ich kann das eh nicht lösen, so. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass halt die Verantwortlichen, die Verwaltung, das heißt verantwortlich, das ist es eben, die Verantwortlichkeit löst sich offenbar auf langsam, ne, natürlich gibt es irgendwie Verantwortlichkeit, die irgendwo festgeschrieben ist, aber wenn sie nicht erfüllt werden kann, auch nachvollziehbar nicht erfüllt werden kann, dann kommt jetzt quasi, schon fast wie bei den Amerikanern eben, die Zivilgesellschaft auf den Plan, aber dann muss es angenommen werden auch, ne, das bedeutet automatisch, dass Projekte, die auch die Kommunen selbst machen, oder die Verwaltung selbst, also in Ludwigshafen ist jetzt eine kommunale, eine Fahrradwerkstatt wird jetzt eingeführt, zusammen mit der BASF und so, extra halt eben für die Zusammenarbeit mit Flüchtlingen und so, aber das muss dann halt da auch stattfinden, damit das eben, also es muss da, in solche Portalen müsste das auch eingepflegt werden, das müsste alles auf jeden Fall angenommen werden, ne, damit dann überhaupt ein ganzheitlicher Blick überhaupt möglich ist, auf die Angebote. Also, wenn man da jetzt noch ein bisschen weiter scrollt, brauchst auch den Ton nicht anmachen, sieht man diesen Workshop, den wir im Flüchtlingsheim dann gemacht haben, also im Endeffekt, wie gesagt, wir haben einfach die Räumlichkeiten, die Küche genutzt und einen Raum, wo man drinnen, genau hier, da sind die im Flur, haben halt ihre kleine Band aufgebaut und da drin ist die Küche, die haben dann gekocht und da haben wir Workshops gemacht, wo wir Skills, Hobbys und Traumberufe abgefragt haben, da ist zum Beispiel so eine Situation gewesen, wo er kam dann gleich so, oh Deutsche, ja, ich habe hier einen Brief, ich kapiere nicht, was sie von mir wollen, ich möchte das und das machen und das ist halt der Punkt, wo wir, wo die Leute auch immer zu einem kommen und denken, man kann einem helfen, aber man kapiert das überhaupt nicht, was in diesen Briefen drinsteht. Also, bis heute komme ich damit nicht klar und ich sage jetzt auch eben, ich mache es nicht. So Amtsbriefe oder was? Ja, ich mache das einfach nicht, weil jedes Mal, wenn ich es lese, wäre ich verrückt, weil ich es einfach nicht kapiere. Usability sage ich nur. Ja, also da kam es zum Beispiel auch zwei Jungs, die kamen auf mich zu, ja, sie sind Steuerfachprogrammierer, was weiß ich, programmieren irgendwas und sie würden gerne so Prozessketten mit den Briefen machen im Internet, wo man dann draufklicken kann, dass man weiß, was man machen muss, wenn genau dieser Brief kommt, ja. Solche Sachen, glaube ich, sind echt wichtig für die Leute, die helfen wollen, weil jeder ehrenamtliche Helfer wird hundertprozentig gefragt, was heißt es hier? Das ist ja das Gute an diesen behördlichen Briefen, dass sie wenigstens eine sehr standardisierte Sprache sind, genauso wie Gesetzestexte fast. Also da kann ja schon ein Rechner dran, das kann computed werden. Ich weiß natürlich nicht mal, ob es positiv oder negativ ist, was dieser Brief jetzt aussagt. Das ist echt, also da braucht man auf jeden Fall irgendwas wie so eine Claire Bear. Es ist halt lawyer readable und machine readable, aber nicht human readable. Ja, und das schickt man auf Deutsch jemanden, naja, also das ist ein anderes Thema. Ja, was ich halt für die Flüchtlinge an sich noch sagen kann, mit Each One Teacher habe ich auch gemerkt, ich habe keinen Mehrwert für sie geschaffen, wenn sie jetzt jeden Tag irgendeinen Workshop machen können, wo sie irgendwas zu tun haben. Ja, klar ist es nett, aber sie brauchen Sport und ansonsten mal hier und da, aber eigentlich suchen sie sich Freunde, also man macht einfach einen Anschluss, braucht niemanden, der einmal die Woche und dann geht er wieder, sondern das braucht Freundschaften, das kann aus den Workshops entstehen. Was im Workshop gemacht wird, ist zweitrangig, außer es führt dazu, dass sie sich irgendwie Geld verdienen können. Und ich glaube, dass auch hier mit Sicherheit irgendwelche Gesetzeslücken gibt, die evaluiert werden müssen, wie Flüchtlinge sich irgendwie Geld verdienen können. Ob es jetzt ein Flohmarkt ist oder ein Verein, der dann an seine ehrenamtlichen Mitarbeiter, weiß ich nicht, was ausgibt, aber solche Strukturen, glaube ich, brauchen wir, die jetzt greifen in der Zeit, wo einfach der Arbeitsmarkt noch nicht läuft. Was ich auch noch spannend fand, eben auch nochmal, das ist natürlich auch umzudrehen und zu sagen, was man eben auch eben von den Flüchtlingen lernen kann. Also jetzt zu sagen, gut, die haben vielleicht ein anderes Management von Community, was wir vielleicht verlernt haben oder noch nie hatten oder so, in Richtung auch Shareconomy, was Ubuntu angeht. Also jetzt nicht Shareconomy in dem Sinne, was heutzutage so verkauft wird, sondern wie man halt gemeinwohl ökonomisch sich optimieren kann im Prinzip. Das ist durchaus auch eine Stärke, kann ich mir vorstellen, aus afrikanischen Regionen. Und das mit zu erfassen dabei, fände ich auch total spannend. Ich meine, das, und wo es dann matcht, das ist, ja, vielleicht, also ist da ja was drin beim Refugee-Hack. Muss man mal schauen, Gedanken zusammenbringen. Irgendeine Frage zwischendurch? Oder so? Jens, wolltest du denn noch was sagen? Oder so, ja. Also ich wollte nochmal so aus der alten Generation, zu der ich mich langsam erzählen darf, irgendwie was dazu beitragen. Ich finde das großartig und habe auf der anderen Seite auch den Eindruck, dass diese, sag ich mal, die Facebook-Generation manchmal nicht ganz im Blick hat, dass es da noch eine Generation gibt, die sagt, ich bin technisch top ausgestattet, ich habe Fax. Die aber mit E-Mail und Online-Shop keine Unterscheidung treffen können. Ich bin, habe mich verschrieben in vergangenen Jahren im Lindenhof als Mensch im Bürgerverein, im Vorstand dort zu tun und da gibt es in der Tat solche Leute und die sind sehr engagiert. Da gibt es auch Leute, die sagen, ich habe Geld auf der Bank, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, weil die zahlen einfach gerade sehr schlechte Zinsen. Also da gibt es im Grunde auch die Leute, die Fluchterfahrungen haben, aber die muss man eben entsprechend auch ansprechen. Wir haben aufgebaut, auch aus dieser Erfahrung heraus, sag ich mal, ein Netzwerk und so eine Art Akademie, ähnlich wie das, was du treibst, für die Mannheimer Vereine. Und auch da möchte ich nur herzlich einladen und auch anbieten, dass ihr das gerne auch nutzt, weil das, was, ich sage mal, die Faxbenutzer können, das könnt ihr nicht und andersrum vielleicht. Und da, glaube ich, ist das auch eine Erfahrung, da muss man nicht Afrikaner einbinden mit unterschiedlichen kulturellen Voraussetzungen. Da staune ich auch manchmal, wenn ich so mitbekomme, was die alten 90-Jährigen da für Skills auf dem Kasten haben und auf der anderen Seite, wie die dann Bauklötze staunen von wegen, wie man kurz mit dem Smartphone Kartoffeln bestellen kann. Also von daher herzliche Einladung, da auch zusammen zu tun. Jörgen? Ich wollte da vielleicht gerade noch ergänzen, weil gerade das Wort Facebook-Generation gefallen ist. Die Facebook-Generation, das ist, das sind so Leute in meinem Alter und drüber, die unten drunter nutzen es auch schon nicht mehr. Das heißt, man muss sich generell Gedanken darüber machen, dass jede Generation oder wenn man vielleicht sagen möchte, jede Personengruppe unterschiedliche Kommunikationswege hat. Das heißt, man kann nie die Lösung für alle finden. Also wenn man jetzt auf die Idee kommt, wir möchten jetzt ein Facebook für ein Geflüchtetenhaus, da gibt es Technologien. Man kann einen Diaspora-Port aufsetzen, das ist praktisch Facebook für Kleinen, für diese Flüchtlingsunterkunft. Könnte Sinn machen, dass man die Leute innen drin vernetzt, nur wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, weil der Zugang zu dieser einen Technologie eben nur für einen Teil der zu vernetzenden Gruppen notwendig ist. Das heißt, die große Herausforderung besteht nicht darin, was für eine Software es setzt sich ein, sondern wie schaffe ich es, dass über verschiedene Softwareprodukte, Kommunikationswege und so weiter die Menschen sich trotzdem finden. Und ja, das wollte ich nur anmerken, dass es da nicht die Lösung geben kann generell, sondern man extrem mehrspurig fahren muss, um auch die Faxbenutzer mit reinzukriegen. Also ein ganz wunderbares Interface, also Mensch zu Mensch. Das funktioniert. Genau. Bei vielen Menschen, ich kenne viele Leute, da höre ich auch dazu, die panische Angst zum Telefonieren haben. Ich bin sehr kommunikativ, aber Telefonieren geht gar nicht. Also da gibt es auch... Mensch, Mensch, Schnittstelle. Das ist auch alles, um der Vorbehalt zu sehen. Das ist auch definitiv ein Teil, den ich anstrebe, der mir bei Each One, Each One auch nach den ersten paar Wochen klar war, dass es eine Anlaufstelle braucht in einer Art Projektbüro, wo Flüchtling wie Mitbürger, Jung und Alt hin kann, seine Idee, sein Profil, alles persönlich abgeben kann, sage ich mal. Und vor Ort am besten gleich noch Projekträumlichkeiten sind, wo man dann die Workshops durchführen kann. Also im Grunde denke ich immer, eigentlich ist die Flüchtlingsunterkunft schon perfekt. Wir haben nur kein Internet und da vorne dran kann man dann seinen Garten machen. Ja, man kann da eigentlich, also in Pettenbergs ist so ein typisches Beispiel von Konversionsflächen, wo einfach nur das Haus für die Flüchtlinge ist und nebendran ist ein riesiger Zaun, der schon mal daran hindert, den Basketballkorb hinter dem Zaun zu nutzen oder das Fußballfeld hinter dem Zaun zu nutzen. Ja, wo ich mir denke, ja, wenn ihr keine Ghettos wollt, dann macht das doch auf. Es kommen bestimmt genug Leute, deutsche Leute vorbei, die da dann helfen und was machen würden. Und jetzt muss man das halt irgendwie, wollen sie mit dezentralem Wohnen die Flüchtlinge integrieren. Ich meine, heutzutage kann ich mir vorstellen, dass die Leute hinkommen. Also ich weiß nicht, früher war es vielleicht nicht so, aber jetzt unsere Generation ist so offen, wir hängen alle so im Flüchtlingsheim rum, wenn wir Bock haben. Ja, ich habe da auch schon übernachtet, weil man halt einfach bei seinem Kumpel mal pennt oder so. Ich weiß nicht, das ist kein Ding. Aber man kriegt von irgendwo halt nicht die Mittel, um das alles umzusetzen, was man sich so vorstellen kann. Ich meine, es gibt erst mal Heidelberg, Gardening, wir haben Transition Town, Repair Café. Das sind alles Leute, die sofort mit Flüchtlingen arbeiten, aktuell halt überall in der Stadt verteilt. Und wenn man sich das an einem Platz vorstellt, dann hat man dann ein super lebendiges Viertel und kein Ghetto, so, von dem sie alle Angst haben. Aber was meinst du jetzt nochmal mit Mittel? Also du meinst Support tatsächlich? Ja, dass die Stadt sagt, oh super, hier gibt's ja schon alles. Wir brauchen euch nur den Platz geben zum Beispiel. Oder beziehungsweise kann die Stadt nicht sagen, es muss dann wieder die Bima, was weiß ich. Ich bin jetzt nochmal bösartig, weil wir bemühen uns zum Beispiel von diesen Bürgervereinen darum, sage ich mal, Leute aus deiner Altersgruppe zu bekommen. Und zwar deswegen, weil wir haben eine wunderbare Kapelle, wir haben einen gemeinnützigen Status, aber irgendjemand muss sich dafür, darum kümmern, weil du nämlich sonst in den Seilen hängst. Wo ist das? Das heißt, bitte? Wo ist das? Auf dem Lindnerhof beispielsweise. Aber das heißt auch von wegen, diese Infrastruktur muss aufgebaut werden, weil sonst ist es ein Strohfeuer, was, sage ich mal, so lange läuft, wie die Begeisterung und die Kraft ausreicht. Und ich glaube, die große Gefahr sehe ich darin, wir haben es hier zu tun mit einer Situation, wo in den nächsten Jahren viel mehr Leute kommen, wir in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen, hat der OB auch gesagt, ganz viel gewuckt kriegen müssen. Und ich befürchte, dass die Leute, die sich jetzt irgendwie 18 Tage, 18 Nächte irgendwie auspowern, dass die irgendwann zusammenbröseln. Und dafür möchte ich gerne zusehen, dass dann auch, sage ich mal, nicht, sage ich mal, so eine Burnout-Station dann läuft und dass man das auf eine beständige Basis stellt, Strohfeuer versus Holzscheite, die auch wirklich lange glühen. Und das ist für mich eine Frage, wie man das machen kann. Und das braucht auch einfach Leute, die eine vollkommen unspannende Aufgabe machen. Also ich meine, vielleicht finden bestimmte Leute das sehr interessant, irgendwie eine Plattform aufzusetzen. Klasse, dazu brauche ich, aber kennst du als BWLerin auch danach ja die Leute, die sich vom Impressum drum kümmern, die gegebenenfalls Sozialversicherungsrecht nicht drum kümmern, wenn der Flüchtling dummerweise sich einen rostigen Nagel irgendwo reinhaut oder sowas. Das sind alles Dinge, wo ich zumindest sagen kann, dass die Vereine da auch Schisse vorhaben und auch, sage ich mal, viele Leute, die vielleicht bürgerlich strukturiert sind und nicht sagen, okay, mal ausprobieren, wie das Leben so funktioniert, sondern die, die sagen, ich habe da schon ein paar Mal mich auf die Schnauze gelegt. Auch die brauchen da im Grunde eine gewisse Sicherheit. Auf der anderen Seite, wenn du die im Boot hast, dann glimmen die auch sehr viel länger. Also das wäre da auch meine Empfehlung, da auch nicht mit zu viel Begeisterung sich nehmen zu lassen, aber auch die Begeisterung zu nutzen, die auf eine solide Basis zu stellen. Und da kann man in der Tat schauen, was da machbar möglich ist. Ich denke, da sehe ich auch gerade diesen Vorteil zwischen den Generationen, weil eben die erfahrenen Vereinler, sage ich mal, die wissen ganz genau, wo die Problemstellen liegen, eben im Gesetz und so weiter. Und die jungen Aktivisten, sage ich mal, denen müsste man eigentlich die Last nehmen, sich erstmal die komplette Rechtslage reinzuziehen sozusagen. Also weil das ist auch so meine Sache. Also meine Sache ist es einfach nicht. Ich habe auch nicht, meine Website sieht auch aus, weil ich einfach keinen Bock habe, zu Hause eine Website zu machen und mich bis jetzt auch noch nicht damit beschäftigt, Leute zu finden, die mir jetzt die Website irgendwie machen. Das liegt einfach, da gibt es einfach, das ist ja das Schöne, das ist auch die Idee bei Each One Teacher. Jeder hat Kompetenzen und wir müssen sie halt in den richtigen Projekten bündeln. So und jetzt ist gerade der Punkt, wo es umso nötiger ist denn je. Und am schönsten wäre es, wenn die Stadt sich da einbindet als Kompetenzgeber im Bereich, keine Ahnung, politische Entscheidungen oder so, keine Ahnung. Aber da ist noch mal, du hattest jetzt quasi so Motivationszyklen innerhalb von Engagement angesprochen. Dass das, oder habe ich das missverstanden? Ich habe da noch so was anderes durchgehört, was ich durchaus für interessant und wichtig halte, dass ja tatsächlich damit zu rechnen ist, dass das, was wir jetzt quasi die ganze Zeit vorhalten an Engagement, vor allem aus denen, die da tatsächlich ein Mandat haben, die halt irgendwie das als hoheitliche Aufgabe erfüllen, die DRK, die Dienst der ASB, THW und so, dass die in der Tat irgendwann auch dazu an einen Punkt kommen, wo die Leute verbraucht sind. Und letztendlich, oder? Das ist eine Geschichte, die sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Hauptamtlichen betrifft. Das Wort Burnout ist nicht umsonst erfunden worden bei Missionaren, die sich an ihre Sache total hingegeben haben und irgendwann festgestellt haben, die Akkus sind tief entladen. Und das ist eine Geschichte, ich komme aus dem Personalbereich ursprünglich, passt bitte schön auf darauf. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass es auch eine der Aufgabenstellungen wäre, rauszufinden, wie kann man ein Instrument entwickeln, um da Nachschub auch heranzuziehen. Also auch vom Motivativen her. Aus der Bevölkerung. Also praktisch Attraktivitäten schaffen, sich zu engagieren. Auf irgendeine Weise, ob das jetzt auch wieder über eine Plattform ist, vielleicht sogar dann mehr ins Mediale zu gehen, mehr darstellen, Erlebbarkeiten schaffen oder so. Also ich würde sagen, nicht motivational, sondern eine Frage von Energie, aber das ist vielleicht eine Feinheit. Das Zweite ist für mich in der Tat, dass man sagt, hier Vereine sind da im Grunde, die ruhen in sich, die machen das, was sie schon immer gemacht haben. Die machen das Sommerfest, dann wenn das Sommerfest ist, wieso nicht? Dann sollen sie zusehen von wegen, dass sie da vielleicht auch dann Flüchtlinge integrieren oder junge Menschen mit einbeziehen und dann wird die Sache anders. Also unter diesem Aspekt und genauso das, was du gerade gesagt hast, im Hinblick auf die Stadtverwaltung. Eine Stadtverwaltung hat nicht umsonst den Job, Prozesse stabil zu halten. Das haut gerade, Frank Zumbuch weiß das wahrscheinlich von seiner Erfahrung, ja nicht immer so hin, wie man sich das wünscht. Aber das ist eine Geschichte, die ohne weiteres Job dieser Verwaltung ist. Und das ist natürlich, das widerspricht ein bisschen dem, was du gerade auch sagst. Also da muss man gucken, wie das zusammengeht. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der heute schon da ist, nämlich die Konflikte, die es zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen gibt in den Flüchtlingsbereichen, die viel Energien wohl auch ziehen. Und das ist auch ein Punkt, bei dem ich empfehlen würde, darauf zu achten, was mache ich und ist das, wo dockt das an sozusagen? Also trete ich damit jemand anderes in seinen emotionalen Vorgarten, der sagt, ich bin zwar bei der Verwaltung beschäftigt, muss das Verwaltungsverfahrensgesetz irgendwie mit berücksichtigen, aber ich versuche trotzdem, mir hier den Arsch aufzuweisen, was zu machen. Und dann kommt so irgendjemand daher und der sagt, mach das doch so oder so. Das ist die Frage, wie man es gestalten kann. Also ich bin jetzt schon seit sehr vielen Jahren an sehr vielen Ecken sehr aktiv, ob es jetzt eben Freifunk ist, Piratenpartei, Raumzeitlabor und noch viele andere Sachen. Und ich muss sagen, dass die Gefahr, sich zu übernehmen, extrem dadurch gegeben ist. Man merkt, man macht eine Sache, man macht noch eine Sache und irgendwann ist zu viel, aber man hat die Grenze nicht gesehen. Und da gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen, die dann knallhart sagen, so und jetzt ist Schluss. Und dann fallen die unersetzt aus, weil sie sie verlassen haben. Und die, die dann ausbrennen. Da möchte ich noch ein Buch empfehlen, was jetzt gerade frisch rauskam, von Stefan Urbach, Neustart. Jeder, der irgendwo, irgendwie aktiv ist, sollte dieses Buch gelesen haben. Und wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man es schafft, Menschen, die aktiv sind, ein Gleichgewicht zu vermitteln. Du darfst jetzt nicht zu viel machen. Oh, das war zu viel. Das sind die Alarmzeichen. Also das würde vielen Leuten helfen. Das andere ist, sehr, sehr viele Menschen stehen beobachtend vor Projekten. Denen muss man die Möglichkeit geben, aktiv zu werden. Kleine Schritte, kleine Hilfestellungen. Ich hatte zum Beispiel gestern den Fall, wir haben bei Freifunk ein Forum, da kann jeder reinschreiben, wenn er möchte. Und ich hatte eine Nachricht bekommen, die lautete, guck mal, ich habe hier einen tollen Artikel gefunden. Möchtest du den nicht teilen? Da habe ich gedacht, okay, diese Person hat sich bereits im Forum angemeldet. Das heißt, sie könnte das auch posten. Warum tut sie es nicht? Ich habe ihnen dann das überredet, doch einfach selbst diesen Post zu machen. Aber das ist so ein typisches Beispiel, weil ich immer wieder erlebe, die Leute schreiben lieber mir eine Direktnachricht, die niemand sehen kann, damit sie bloß nicht sich irgendwie öffentlich vielleicht etwas ins Schussfeld begeben. Vielleicht aus Angst, oh Gott, du kriegst das Aufgaben aufgeheizt. Oder vielleicht aus Angst, irgendwas Falsches zu sagen. Es ist echt schwierig, Menschen, und davon gibt es wirklich viele, die beobachtend nebendran stehen, dazu zu animieren, auch mal mitzumachen. Oder sie wollen einfach diesen persönlichen Kontakt. Das geht mir nämlich auch so. Also die Leute schreiben mich an und schreiben mir E-Mails. Und ich denke mir halt so, ja, da gibt es Facebook, da gibt es den Ort, wo du posten kannst, was du machen möchtest. Und ich glaube, es braucht tatsächlich irgendwie so ein Netzwerk an Ansprechpartnern, die halt einfach nur Ansprechpartner sind und da sind. Also so, die dann nichts anderes machen müssten, als zu vernetzen. Hundertprozentige Zustimmung. Jascha, habt ihr euch, du hast es vorhin auch schon angesprochen, die Nachhaltigkeit von EduHacks. Was schwebt dir da vor? Wie kann man das organisieren, dass das gesichert ist? Weil ich meine, das muss man auch noch dazu sagen, bei den ganzen Hackathons mittlerweile, es gibt natürlich auch viele Leichen, die mittlerweile im Netz kursieren, beziehungsweise wieder abgebaut werden, was halt eben entwickelt wurde und dann nicht mehr weiter betrieben wurde. Deswegen ist man sowieso auch mal dazu übergegangen, auch Hacks über längeren Zeitraum zu vollziehen, damit das Ganze auch ein bisschen mehr Entwicklungstiefe bekommt und auch auf solidere Füße gestellt werden kann. Wie kann man das organisieren? Genau, also auch unabhängig von den Hackathons gibt es ein zentrales Problem, mit dem wir auch aktuell zu kämpfen haben und das ist nämlich die Transparenz zu sehen, was existiert an Deutschland, welche Gruppen arbeiten hier schon an Themen oder EU-weit und welche Unterstützung brauchen die. Es gibt unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Sammelsurien von Leuten, die sich da Mühe gemacht haben, redaktionell oder öffentlich etwas beizutragen. Man kann da reinschauen, aber was es jetzt fehlt, ist halt ein nachhaltiges, eigentlich ein Projektmanagement-Tool öffentlich zugänglich, vielleicht mit Kommentarfunktionen, wo jeder sieht, da ist ein Projekt, das arbeitet an einer konkreten Idee, da sind folgende Personen mit beteiligt und die brauchen konkret folgende Unterstützung. Und genau diesen Punkt müssen wir auch mit all diesen Projekten am Samstag erreichen. Dass jeder einen gewissen Dokumentationsstand auch so klein auch sein mag, aber zumindest diesen erreicht, dass er auch für die Öffentlichkeit zuständig ist, jeder sehen kann, diese Projekte haben stattgefunden und das ist meine Hoffnung, wie gesagt, dass jedes Team auch am Ende ganz konkret sagt, wir wollen daran weiterarbeiten und wir haben schon einen konkreten Plan, wir wissen, was noch dafür notwendig ist, aber wir wissen auch, wo unsere Grenzen sind und was wir vor allem von der öffentlichen Hand brauchen oder eventuell wo der Verein unterstützen kann. Dass wir danach nämlich die Möglichkeit haben, nochmal auf jedes Projektteam zuzugehen und probieren, unser Netzwerk spielen zu lassen, entweder die Leute mit den Medien nochmal in Kontakt bringen zu lassen oder probieren, weitere Teammitglieder dafür zu finden. Weil sowas ist ja eigentlich im wirtschaftlichen Bereich oder im unternehmerischen Bereich hat man ja quasi richtig einen Plan auf die nächsten drei, vier Jahre. Im Prinzip braucht man sowas ja letztendlich auch für eine Anwendung, damit organisiert ist, wer kümmert sich um die, wie wird die gepflegt, wo wird die gehostet, wie läuft das alles ab. Das ist eigentlich was, was so ein bisschen jetzt in den, so ein bisschen bei vielen Hackathons und überhaupt bei vielen Entwicklungen so abhandengekommen ist, daran zu denken, wie geht es weiter. Und auch, wie du auch angesprochen hast, zu schauen, was existiert schon. Weil das ist natürlich jetzt effizienzmäßig total Quatsch, Dinge zu entwickeln, die schon entwickelt worden sind. Besser ist es natürlich da wieder seine, vielleicht seine Kraft reinzustecken und da lieber zu partnern, damit sowas, was schon entwickelt ist, weiterläuft eben. Genau, also es gibt auch zwei wichtige Punkte, bei denen wir bei jedem Projekt auf jeden Fall nochmal drauf aufpassen müssen. Das eine ist, dass sich die Teams nicht zu viel vornehmen. Ja, man kann schnell ins Auge fassen, wir brauchen noch das Feature und das Feature und die Info und die Info und die Info, dass man möglichst früh genau die Punkte identifiziert, die im Kern das Produkt schon nutzbar machen. Ja, also das ist das Problem, wo vor dem jedem Startup steht, dass man in möglichst kurzer Zeit eine Version schafft, die schon früh einsatzbar ist von den Kunden, ob es jetzt Organisationen sind oder ob es Flüchtlinge sind. Denn die nächsten Features, die baut man dann am besten direkt mit den Leuten dann wieder zusammen, indem man das erstmal das Feedback abwartet. Und die erste Version möglichst klein, möglichst schlicht, aber möglichst früh schon einen Mehrwert zu schaffen. Und der zweite Punkt, habe ich doch gleich vergessen. Aber kommt garantiert gleich nochmal. Aber ich muss das Mikro mal weiter. Ja, begleitet ihr von Hackerstolz auch eventuell Projekte über diesen Hackathon hinaus? Das heißt also, habt ihr euch da auch schon irgendwie Gedanken gemacht, dass ihr da regelmäßig irgendwelche Strukturen anbieten wollt oder sowas? Also vielleicht, das ist natürlich nicht ausgeschlossen, findet der ein oder andere rein persönlich Interesse an dem ein oder anderen Projekt, um sich unabhängig von unseren Vereinen daran zu beteiligen. Wir selber sagen natürlich, was jetzt zum Beispiel die Beteiligung an der Entwicklung selber angeht, probieren wir uns auf unsere Kompetenzen auch zu fokussieren. Klar, wir haben ganz viele, die uns anfragen, könnt ihr nicht dort oder hier mal etwas entwickeln. Aber wir glauben, unsere Stärke liegt halt in der Vernetzung, in diesen Events. Aber dafür wollen wir halt unser Netzwerk anbieten. Und genau, das ist dann unsere... Nicht funktional. Ihr habt ja dann ein Projekt, ihr habt ein Team gecastet. Also ihr habt ein Team gecastet, ihr habt irgendwelche Programmierer, Designer etc. Aber es braucht ja immer irgendjemanden, wo man auch als Projekt vielleicht regelmäßig mal hingehen kann. Einmal im Monat oder sowas. Bietet ihr sowas an? Das werden wir selber noch evaluieren. Ich glaube, da kann ich so jetzt noch keine konkrete Antwort drauf geben, wie das genau aussehen wird. Aber das ist auf jeden Fall der größte Unterschied zu einem normalen Hackathon. Beim normalen Hackathon, klar, da lässt man die Teams antreten. Jedes Team präsentiert ihre Ideen. Danach gehen sie nach Hause. Und was aus den Projekten wird, das interessiert eigentlich keinen mehr. Und das ist genau der Unterschied. Unser Ziel ist halt die Nachhaltigkeit. Die Projekte, die hier rauskommen, dort hoffen wir, dass danach kein Massensterben stattfindet, sondern wir schauen dann, ist es ein wöchentliches Meeting mit den Teilnehmern? Ist es vielleicht eine zentrale Anlaufstelle, eine Telefonnummer, die sie jederzeit anrufen können? Das müssen wir selber noch mit den Teams herausfinden, was da die beste Methodik ist, damit diese Projekte am Leben bleiben. Na klar. Also ich glaube, dass unser Hackathon erfolgreich wird, wenn genauso Leute wie du zu dem Hackathon kommen, die einen konkreten Plan haben von einem Projekt, das sie machen wollen und die einfach sagen, okay, mir fehlt irgendwie das programmierte IT-Know-how, aber ich habe Interesse daran, das Projekt weiter zu treiben, dass wir dich dann an dem Hackathon mit drei, vier motivierten Technik-Affinen zusammenbringen und das Projekt dann daraus weiterleben kann. Was wir versucht haben, wir waren zum Beispiel auch hier im Jungbischof, dem lokalen Flüchtlingsgipfel, haben das Projekt da mal vorgestellt und haben halt versucht, über die Schiene, auch über unsere Zielgruppe, was halt eher so die technikaffinen Jungen sind, raus versuchen, das Projekt bekannt zu machen und halt auch die Leute auf den Hackathon zu kriegen, weil ich glaube, dass die Techies, die kommen, eher sich begeistern haben lassen und gesagt haben, ja, wir würden was machen, aber die eigentlich gar nicht so den Plan haben, was sie machen wollen. Und das ist der Punkt. Und es ging noch um die Projekte, um die Doppelarbeit, was wir versuchen im Vorlauf als Vorbereitung von dem Event jetzt halt zu leisten, ist, dass wir mal die ganzen Listen und die ganzen Projekte und Ideen, die jetzt schon so im Netz rumschwirren und von denen wir jetzt schon im Vorlauf mal gehört haben, einfach mal zu aggregieren und dann sozusagen die Liste am Samstagmorgen mit dabei haben und dann halt eben auch die Aktionen, die schon laufen, vorstellen zu können, dass halt dann auch die Leute sagen können, naja, wir machen jetzt nichts ganz Neues, sondern wir beteiligen uns an einem Projekt. Danke. Florian, du wolltest noch was sagen? Ja, also was ich ganz wichtig finde und was ich euch auch echt rate, dass ihr euch darauf wirklich auch konzentriert, diese Veranstaltungen zu machen und im Endeffekt den Überblick zu behalten an dem, was läuft, das ist echt, das ist sozusagen gerade zentral, weil wie gesagt, das letzte halbe Jahr in jeder Facebook-Gruppe findest du dann irgendwelche neuen Plattformen oder Ideen oder Projekte und da dann mal so einen Überblick zu schaffen und der Ansatz, von dem ich damals kam, war das Barcamp Rhein-Neckar in Heidelberg, wo ich in der Organisationsgruppe war und so den Auftrag hatte oder mir den Auftrag gegeben hat, das nachhaltig zu machen. Und da habe ich auch gesagt, man braucht eine Plattform, wo einfach erstmal alles dokumentiert wird, was an dem Tag gemacht wurde und dann am besten halt eine Kommentarfunktion drin ist. Und da war dann der erste Ansatz, komm, wir brauchen einfach ein Wiki. Also ich habe gesagt, wie so ein Wiki, das ist doch scheiße, ich weiß nicht, also ich wollte sowas super sexy-mäßiges als Website haben und die Hacker, also die Leute, die damit, ja, die sagten, ein Wiki ist besser, gut, dann haben wir ein Wiki angelegt und dann habe ich damit mal gearbeitet und dann ist mir auch mal klar geworden, wie geil es ist, weil man überall vernetzen kann, man kann jede Seite nochmal verlinken und man ist sozusagen komplett frei in seiner Arbeit, ja, so, ja, das war schon mal perfekt. Und jetzt gibt es eben diese andere, diese Call-in-Comments-Plattform, wo es darum genau geht, wo ich glaube, wenn man es wirklich schafft, und jetzt kommt natürlich der nächste Punkt, Initiativen wie meine oder auch Asylarbeitskreis Diakonie Caritas, die haben einfach keine Zeit oder auch einfach keinen Bock in einem Wiki was abzulegen, ja. Und im Endeffekt müsste man es eigentlich schaffen, dass jede Initiative einen Hacker bekommt, der sie betreut und deren aktuelle Lage erfasst und Bedürfnisse, also so, glaube ich, kann man das dann am Leben erhalten, ja, weil einfach die Nerds irgendwoher, ja, die braucht man einfach, ja, genau wie die Aktivisten, also dass die Teams so ein bisschen vollständig werden durch solche Zusammensetzungen. Okay, da möchte ich was als Hardcore-Nerd dazu sagen, und zwar, es gibt in meinen Augen zwei Arten von Menschen. Einmal die, die es vorher entfachen, und einmal die, die es am Brennen halten. Und da, bei dieser Übergabe scheitert es immer, oder fast immer. Das heißt, es hängen sich zwar ein paar Hacker zusammen, die dann irgendwie an einem Wochenende eine geile App bauen, aber am nächsten Wochenende haben die schon wieder die nächste Idee, und dann steht die App da. Der Zeitraum ist dann meistens zu kurz, dass sie übergeben. Und so Leute, die dann eher, wie ich vorhin erwähnte, gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe da einen coolen Beitrag gefunden, das sind dann eher die Leute, die aus der zweiten Welle kommen und das Ganze am Leben erhalten. Während die, die am Anfang das gestartet haben, naturgemäß abspringen, das ist normal und teilweise sogar wichtig, muss man es schaffen, diese Staffel an die zweite Generation weiterzugeben. Das ist eine. Und zum anderen möchte ich davor warnen, zu viel über Implementierungsproblematiken zu reden und denken, man hat immer so ein Problem vor Augen. Oh, wir haben jetzt Geflüchtete hier. Und dann will man eine Lösung. Das wird es nie geben. Das kann es nie geben. Es kann auch nicht das eine Portal geben, wo dann alle Leute alles sehen können, weil wenn dann alles sichtbar wäre, würde wieder niemand was finden. Das heißt, das sind Probleme, die kann man nicht technisch lösen. Das heißt, das Wichtigste ist die Vernetzung. Und das dauert einfach. Das braucht Zeit. Und so wie ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe auf dem Barcamp die Doris kennengelernt. Jetzt habe ich da in die Richtung einen Ansprechpartner. Wenn irgendwas ist, dann erinnere ich mich an die Doris und nicht irgendwie an das Thema. Und dann weiß ich, hey, ich schreibe es mal an. Ob das jetzt auf Facebook oder WhatsApp oder auf dem Portal ist, ist dann erst mal vollkommen zweitrangig. Die Wege finden sich auf jeden Fall immer wieder. Und wie gesagt, Tools gibt es ganz viele. Wir nutzen bei Freifunk hilft zum Beispiel ein Kanban-Board. Das kommt eigentlich aus der Autoentwicklung. Wenn du es gerade mal kurz aufmachen würdest, nur damit man es versteht, was es ist. Und zwar im Webbrowser. es nur so als Demo. Wie gesagt, es kommt aus der Autoentwicklung. Das wurde dann in die IT übertragen. c5a.de slash ffrn.de äh, ne Quatsch, ohne .de ffrn hilft Genau, ffrn, die Freifunk Rhein-Neckar, und dann hilft. Genau. Ähm, wenn du da mal, wenn man eh nicht alles sehen kann, kannst du das kleiner zoomen mit Steuerung Minus? Noch weiter. Also man wird nicht alles sehen können auf diesem Board, nur um eine Idee zu bekommen. Ähm, das sind Zeilen, äh, momentan für jede, das heißt Swimminglanes, äh, für jede Unterkunft, die wir versorgen möchten, die uns auch drangetragen wurde, eine Lane, ähm, und dann die Spalten, die einzelnen Arbeitsschritte. Ähm, die Lanes sollten immer die gleichen Arbeitsschritte haben. Also beim Auto, ich muss immer an die Karosserie was dran schrauben, ich muss immer die Reifen dran machen und so weiter. Ähm, in dem Fall haben wir uns, äh, dafür entschieden, eben warten, nachfragen in Arbeit, warten auf extern, fertig und so weiter. Das sind unsere Kategorien. Und wenn wir, äh, die Aufgaben haben, am vorne stehen immer die Standardaufgaben, erstmal, die wir für jedes Projekt, für jede Unterkunft ansetzen, ähm, zum Beispiel Ortsbegehung. Das muss überall passieren, damit man weiß, wie groß es ist, was braucht man da alles. Und wenn es dann passiert, dann kann man eben sagen, ah, es ist jetzt in Arbeit. Das heißt, es sind gerade Leute vor Ort. Oder warten. Das heißt, ich warte auf eine Genehmigung oder auf ein Treffen mit irgendjemand. Ähm, ähm, oder ich warte auf Externes. Dass irgendjemand Externes was machen muss. Und schiebe das dann weiter. Also das ist, wie gesagt, ein Tool aus der, aus dem Automobilbau kann man in der Softwareentwicklung auch verwenden. Oder eben auch für solche, ähm, Projekte. Das heißt, die Implementierungsproblematik, äh, ist eigentlich vollkommen zweitrangig. Erstmal muss man es schaffen, dass Menschen dieses Board sehen und sich angesprochen fühlen, dort zu helfen, das zu machen. Weil das Board allein hilft mir nicht. Und, äh, aus sehr vielen Jahren Erfahrung, Wiki sind toll. Ähm, das pflegt nur niemand. Also braucht es kommunikative Unterstützung geben. Genau. Aus allen Ecken und Enden. Äh, da ist vielleicht auch die Verwaltung gefragt, äh, sowas auch mit zu kommunizieren, äh, auch um das gleiche, sagen wir es mal so, äh, ja, dem, dem entsprechenden, äh, die, 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 die entsprechende Gewichtung nochmal aus Verwaltung, Verhaltungssicht noch mitzugeben und so. Ansonsten, klar, man könnte schon meinen, hier alles super, dufte mit dem Internet, super Kommunikation, alles läuft doch eh. Aber ich meine, letztendlich ist es halt auch ein Raum, wo alle immer lauter reden, das Internet. Und da ist man halt dann doch wieder auf spezielle Kanäle angewiesen. Da ist dann halt schon irgendwie ausgefuchstes Kommunizieren eine wichtige Angelegenheit. Du willst noch was sagen? Ja, also bei mir ist mittlerweile auch der Punkt angelangt, wo ich gar keine Lust mehr an meinen Computer zu gehen. Einfach weil die E-Mails und das ganze Zeug mir einfach auf den Keks geht und ich eigentlich dann lieber irgendwo bin und dann was abkläre oder halt dann mit einer Gruppe Menschen da sitzen und was mache. Aber eigentlich nervt es. Deswegen auch dieser Wunsch eigentlich in Heidelberg was wie so ein Social Hub zu haben, wo man einfach hin kann und sich kurz absprechen kann und dann zusammen arbeiten kann. Also in Heidelberg wie auch in anderen Städten macht das einfach so. Ich sag was. Eine Lebensweisheit von meiner Seite. Wir haben jetzt viel über Tools gesprochen, viel von Tools gesehen und ich selber habe halt auch viele Tools für mein Leben gebaut. Deswegen nur der Appell. Ich habe irgendwann mal den Spruch kennengelernt, A fool with a tool is still a fool und dementsprechend ist das allerwichtigste am Ende die Komponente Mensch. Ja klar. Meistens ja genau, Macher, auch an denen sich auskondensiert werden kann. Das Blöde ist nur, wenn man dann halt irgendwann überfordert ist. Wenn es einfach zu viel ist. Ich könnte vielleicht auch noch was Schautoschloss dazu sagen und zwar finde ich auch, dass es eigentlich in allen Lebensbereichen auch passt, dass einfach gutes Design ist so wenig Design wie möglich, weil nur so kann es dann auch authentisch bleiben. Wenn man dann irgendein Tool hat und es sieht saugeil aus und es ist richtig gut für diese Nische und dann gibt es aber noch das, was rau geil ist und dann gibt es tausend viele kleine Nischen und dann hat es einfach an der Einfachheit verloren und wenn etwas nicht einfach ist, dann kann man es auch nicht einfach machen. Deswegen sollte man immer so basisch wie möglich bleiben und natürlich, man kann es auch sich vereinfachen, das Leben, aber Tools sollen nicht das Leben verschwerfachen. Das beste Beispiel, wer hier im Raum verschlüsselt seine E-Mails mit PGP oder GPG? Wer hat es schon mal versucht? Wer hat Schmerzen bekommen? Genau. Das ist ein Tool, das gibt es seit 20 Jahren, funktioniert hervorragend. Nur die Leute, die es entwickelt haben, hatten Ahnung von Krypto, nicht von UI und UX. Die haben das nicht zugestaltet und es hat bis jetzt auch niemanden noch ordentlich hinbekommen, dass man einfach und bequem wirklich E-Mails verschlüsseln kann. Das muss so einfach sein wie iMessage. Wenn ich iMessage verwende oder andere Krypto-Messenger, dann merke ich nicht, dass ich das verschlüsselt tue. Und das ist auch noch ein Riesenproblem, wenn man eine Fähigkeit hat, dann sollte man sich darauf beschränken. Die Leute, die Dinge programmieren, sollten sich immer klar darüber sein, ich bin gut im Programmieren. Wenn es um Gestaltung geht, sollte ich auf jeden Fall mit jemandem reden, der Ahnung von Gestaltung hat und von UI und UX. noch ein anderes kleines Beispiel, es gibt ja das Raumzeitlabor, das ist ein Hackerspace hier in Mannheim und ich bin da eigentlich fast jeden Dienstag. Dort ist offener Tag, dort kann man hingehen und kann eben Leute treffen und weiß, Dienstagabend ist immer voll. Ich versuche seit fünf Jahren meine Projekte Dienstagabends zu machen. Ich komme nie dazu, weil sobald ich, manchmal komme ich noch gar nicht bis zum Workshop-Raumtisch, meinen Laptop hinstelle, aufklappe, kommt schon irgendjemand, hey, ich habe da eine Idee, lass uns mal machen. Das passiert immer und dauernd. Das heißt, man muss Räume schaffen, in denen man die Möglichkeit hat zu sagen, ich gehe hier hin und auf einmal treffe ich andere Menschen mit den gleichen Interessen. Und wie gesagt, so ein Hackerspace ist jetzt für eine kleine Gruppe interessant. Gut, wir machen auch noch andere Sachen wie Stickkram und versuchen da und Textilbearbeitung und so Sachen und versuchen da unsere Zielgruppe zu erweitern, wo dann Leute denken, wie ihr bestickt Dinge. Ja, hier, unsere tolle Industriemaschine, 15 Eile noch einmal, die kann tolle Sachen machen, kann man voll toll hacken. Aber man braucht diese Räume, also man muss irgendeinen Raum schaffen, also wirklich einen physischen Raum, wo Menschen gerne hingehen und einfach andere Menschen kennenlernen. Im Raumzeitlabor ist es so, man geht hin, klappt den Laptop auf und fragt die Person oder wird gefragt, was machst du gerade? Und schon hat man zwei Personen mit den gleichen Interessen zusammen. Und diese Räume fehlen einfach irgendwo. Und das sind wir beim Thema Stadtentwicklung. Wir sind ja heute auch in dem physischen Raum. Eben. Und sogar mobil. Genau. Mobile Physics, sozusagen. Mobile Offline. Jens, wolltest du noch was sagen? Gerne. Wenn ich darf. Also, ich finde das sehr spannend, ich bin auch ein riesen Fan vom Raumzeitlabor, auch wenn ich nur einmal da war, aber es hat mich damals ziemlich angefixt. Und ich sehe das einzige Problem darin, dass es ein bisschen sehr außerhalb ist. Also von daher, wenn wir sowas in der Innenstadt hätten, das wäre, okay, das ist ein Vorteil. Das, was ich aber gerade für wichtig halte, ist, dass wir nicht nur darüber sprechen, was sind die Tools, was sind die Restriktionen und was wollen wir eigentlich? Das ist ja ganz schön und nett, dass wir jetzt gerade eine Flüchtlingsbewegung haben. Aber ich finde das fast ein bisschen, mir fällt kein böses Wort ein, was nett genug ist, aber das ist so ein netter Anlass, der vorbeikommt. Wir wissen aber ganz genau, dass wir gesellschaftlich ein paar Fragestellungen haben, die wir zu klären haben. Und da sind Flüchtlinge, sage ich mal, ein externer Schock gerade. Aber ich glaube, der Job, den wir hier im Raum haben, ist, dass wir uns überlegen, was sind denn eigentlich die Dinge, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten machen wollen. Und dann kann meiner Ansicht nach die Frage nach dem richtigen Tool der nächste Schritt sein. Also das ist genau das, was du mit dem Fool auch sagtest. Wenn wir foolish nicht genau wissen, was wir wollen, aber das mit nur mehr Kraft und Tool reinpacken, das ist nicht so. Ich weiß, was du meinst. Du hast auch vollkommen recht. Aber das ist eigentlich jetzt auch gerade das Interessante an der Flüchtlingsbewegung. dass es so spitz auf Kopf geht in so vielen Dingen, in politischen Fragen, aber auch in der Erprobung der Gesellschaft, in der wir befinden, weswegen wir auch hier jetzt gerade da sind. Insofern kann das durchaus auch katalysierend sein, die Flüchtlingssituation, auf tatsächlich was, was noch vor uns liegt, längerfristig, jenseits der Flüchtlingssituation. Ja, ich... Nur ganz kurz einen Punkt, weil ich immer Flüchtlinge und Flüchtlingskrise höre, die Krise besteht meiner Meinung nach nicht dadurch, dass die Menschen zu uns kommen, sondern die Menschen sind in einer Krise und wir müssen nicht irgendwie Flüchtlinge verwalten und von A nach B schieben, sondern die Herausforderung ist, die Menschen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und das sind auch nur Menschen, das sind gut ausgebildete Menschen, die kommen hierher und die sind jetzt da. Und wir müssen gucken, wie wir mit Menschen klarkommen, nicht wie wir hier irgendwelche Flüchtlinge, ich versuche mir das Wort auch abzugewöhnen, weil das ist so eine Verniedlichung, also Geflüchtete, müssen nicht verwalten, sondern wir müssen mit denen in Kontakt kommen. Und ich hatte auch Kontakt zu einer Flüchtlings-, einem Bündnis für Flüchtlingshilfe, die hatten das große Problem, die haben nicht eingesehen, warum die Menschen Internet brauchen. Ich wollte denen frei vom Kind stellen. Ja, nee, wir müssen jetzt erstmal hier mit den Kindern Fahrräder reparieren. Ist super, wichtig, ganz toll. Aber redet mal mit den Menschen, denen ihr helfen wollt. Und die Flüchtlinge oder Geflüchteten haben eben gesagt, wir brauchen dringend Internet. Und selbst die Leute, die sich Bündnis für Flüchtlingshilfe genannt haben und den Menschen auch helfen wollten, kamen nicht auf die Idee, mit den Menschen zu reden. Und das ist ein riesen, riesen Problem. Ja, das ist wirklich so. Da habe ich mich auch immer wieder gefragt, geh einfach mal hin und lerne jemanden kennen, dann ist die ganze Sache schon mal geklärt. Aber ich wollte noch was sagen, weil wir jetzt Visionen und so ein bisschen in die Zukunft gehen und weil wir jetzt, glaube ich, im richtigen, warum gibt es noch keinen Real-Life-Tycoon? Also ich meine, jeder kennt Rollercoaster-Tycoon oder City-Tycoons und das, was du gezeigt hast, diese Maps und diese ganzen Windenergie, also alles, was es gerade gibt, schon im großen Datenmengenbereich, das kann man doch in einem 3D-Tycoon abbilden und sich darüber dann austauschen. Also ich weiß nicht, ist das so schwer? Ja? Dann kann man das doch mal ganz klein anfangen mit irgendwas, keine Ahnung. Nee, das Problem ist irgendwann auch dann das eigene Gehirn. Also, nee, wir sind doch, wir haben natürlich viele Möglichkeiten, aber sie müssen sich ja auch, weil du vorhin auch über Übergabe gesprochen hast, die Übergabe zum eigenen Management im Gehirn muss auch funktionieren und da ist auch irgendwann mal Ende Gelände. Also wir können uns umgeben mit organisatorischen Tools bis zum geht nicht mehr. Es wird auch mal bei der Biochemie enden. Ganz einfach. Insofern ist das schon okay, da irgendwo diesen, wir hätten kein Ideal erreichen, diesen Schlängelweg und sich zu subsidiieren mit unterschiedlichen Lösungen auch und nochmal das Physikalische. Das ist eigentlich, es ist ja eh ein Durchwurschteln alles. Man kann nur versuchen, man muss es ja nicht gleich deutschlandweit, man bräuchte ja eigentlich eine kleine Fläche. Ich denke dann einfach an eine Konversionsfläche, weil die ist überschaubar und die verschiedenen Initiativen, die da drauf wollen, können dann ihre Ansprüche vermappen und ihr Projektstand auch vielleicht, wie viele Leute sind wir, was haben wir schon für Konzepte, welche Bewegung gibt es schon und dass man dadurch dann auch schon mal so eine Art Überblick über die Lage hat. Also dann kann man alle vorhandenen Daten einfach mal bündeln auf diese eine kleine Fläche und daran erproben, die Arbeit mit Rello, die mit Asana, die mit, was weiß ich, neben hier und dann gucken, wie kann man deren Kommunikationsstand über einen, also so einen kleinen Anfang und dann... Ja, das ist schon recht, das hört sich auch spannend an, aber ich glaube auch selbst in der Physikalität ist irgendwann die Grenze erreicht des Überblicks, selbst wenn du es dann praktisch so abbilden würdest. Insofern... Ich meine, es kommt bald Augmented Reality, wir haben 3D-Brillen, wir können hinlaufen, also wir können... Ich weiß nicht so, dass wir daran sind. Ja, klar, du läufst hin und nimmst das eine wahr und irgendwann hast du dann das, was du 20 Stationen vorher wahrgenommen hast, auch schon wieder vergessen. Genau, das ist eine Implementierungsfrage. Klar. Ja, was ich auch wichtig, was ich eigentlich auch wirklich gut finde, ist, wenn man nicht weiß, was man tut, weil dann können diese Probleme auch nicht auftreten, dass man, wenn man zu sehr in die Zukunft schaut, dann sieht man Probleme, aber wenn man nicht weiß, was man tut, dann weiß man auch nicht, worauf man sich einlässt und dann hat man auch mehr Energie, etwas zu tun. Weil wenn man nie, wenn man es alles durchgeplant hat, dann kann man ein Ende sehen. Aber ich finde, es ist einfach ein Prozess und ich finde es halt nicht gut, wenn man... Aber den Anspruch hatten wir, glaube ich, heute auch alle nicht hier, dass wir irgendwo ein Ende sehen, sondern eher einen Anfang machen und einen Anfang vorm Anfang, mal kurz reingezogen. Und ich glaube, es war auch okay, dass wir uns getroffen haben. Wir müssen auch langsam mal zum Ende kommen. Florian? Genau, ein letzter Satz. Ich habe vor kurzem, vor zwei Tagen, was über zu machende Fehler und gemachte Fehler geschrieben im Forum bei Freifunk. Die Menschen, die keine Ahnung haben, das nennt man Dunning-Kruger-Effekt, wenn du keine Ahnung hast, was alles geht, dann kannst du auch nichts falsch machen, dann bist du viel selbstsicherer. Und das erlebt man immer wieder, während es andersrum das Hochstapler-Syndrom gibt, dass die Menschen, die wirklich Ahnung haben und wissen, was sie alles nicht können und denken, oh Gott, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dem, was ich tue. Genau. Das sind diese beiden Faktoren und ich kann nur jeden dazu ermuntern, macht Fehler. Es gibt keinen richtigen Falsch auf diesem Planeten. Es gibt nur getane und nicht getane Sachen. Und jeden Fehler ist etwas, was man getan hat und Fehler kann man beheben. Und wenn ihr einen Fehler macht, dann könnte jemand anderes kommen und sagen, hey, ich behebe deinen Fehler und dann hat man schon mal zwei Leute und ein gelöstes Problem. Oh, das war schön. Sehr gut. Also, dann würde ich sagen, das war ein ganz cooles Schlusswort. Sehr motivierend. Sich rein stürzen. Ich danke allen, dass Sie da waren und so. Wir sind jetzt ziemlich so geschlängelt zwischen angewandten Fragestellungen und konnten auch schon ein bisschen was zumindest skizzieren, bis hin zu gesellschaftlichen Fragen. Ich fand es ganz spannend und vielen Dank, dass ihr da wart. Bis bald, bis zum Refugee Hack. Danke. Das ist noch hinten dran. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.